Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Nerdtalk und dabei ist Micha. Einen schönen guten Abend dir. Hallo. Und Andi ist auch mit dabei. Einen schönen Büffekt. Jo, jo, jo. Jo, wir sind gut gelaunt. Ja, eine Dreiviertelstunde warm geredet, richtig schon diskutiert. Wir sind warm, wir sind heiß, wir sind so. Die Sendung, sag ich dir, die geht so. Ja, boah, alter, krass. Durch alle Strassenstehren. Aber richtig, ey. Wetterscheiß, seid ihr alle am Standort. Ja, dann können wir ja jetzt nur scheitern. Ja, stimmt, jetzt haben wir die Erwartungen so hochge... Ja, das war's dann auch. So die Euphorie ist jetzt raus. Ja. Kleiner Emo-Cast. Wirklich, ja, so schwach angefangen und dann so stark nachgelassen. Ja. Ja, ja. Jetzt hab ich so viel Euphorie reingebracht, jetzt krieg ich gar keine Überleitung. Darum starten wir gleich mit dem ersten Thema. Wir haben uns ja schon warm geredet. Micha, erzähl mir was, erzähl mir was. Jetzt war vor kurzem die Apple Keynote. Du hast ja bestimmt live gesehen. Das iPhone 12 ist raus. Du bist wahrscheinlich schon einer der ersten Besteller für das iPhone 12 Pro Max. Und das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Mini. Mini, denn nur Apple kann sowas machen wie so ein Mini. Ja, ich muss wirklich sagen, ich hab diese Keynote mitbekommen und hab so gesagt, ja, also hier iPhone 12 Mini, ja, hört sich ja erstmal ganz, ganz, also so für Einsteiger an, ja. Und dann hab ich mal so geguckt, was die, die unverbindliche Preisempfehlung ist und beim Kashi stand dann so ein iPhone 12 Mini mit 64 Gigabyte Speicher, mega günstig, 778 Euro. Und ich hab gedacht, jo. Ja, nee, aber das ist ja, das hat ja nie jemand behauptet, dass das ein Einsteiger-Telefon ist. Nö, aber das hat sich für mich einfach so angehört, so. Ach so, nö, 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 Apple hat ja nach wie vor, ja. Das ist nur für Leute, die nicht so ein großes Smartphone haben wollen, sag ich mal, ne. So, so sieht's aus, genau. Ja. Das ist ein kleines Smartphone, große Portemonnaie. Genau, wenn ich bei Zeiten mein altes iPhone 4S in der Hand habe, denke ich mir auch, ach ja, hat irgendwie auch was. So ein Teil, das nochmal zwei Zoll kleiner ist als die Pranke, die dir in deiner Tasche mit dir rumschleppst. Winzig, wenn du dir so ein altes Telefon, so pre-iPhone 6 quasi, mal reinziehst, wie winzig die sind. Und ich erinnere mich genau damals, diese Hysterie, als Apple so das erste iPhone vorgestellt hat und alle so, weißt du, Nokia 8210 irgendwie geschädigt waren. Und dann so, ey, so ein großes Telefon, wer soll das denn mit sich rumschleppen, so. Wo ich mir so denke, ey, wenn du nicht aufpasst, ist das weggeatmet, so. Ja, und, und, also, und heute hast du da so, weißt du, so Cadillacs in der Hosentasche, ey, also. Ja, 6,6 Zoll, meine Fische, ey. Ey, da kannst du ja gleich ein 7-Zoll-Tablet in die Hose packen. Ja, nee, wirklich, ey, unser Fernseher in den 90ern war so groß, ey. Nee, also deswegen diese, diese ganze Größen-Hysterie und so, da denke ich mir so, ach ja, komm, also. Ich finde auch, also ich muss auch, so sieht's aus. Äh, ich muss, ich muss halt mal sagen, ähm, hab ich gehört. Ähm, nee, also von anderen. Also, jetzt komm ich auch nicht wieder raus. Naja, egal. Schon wieder ganz unten angekommen, meine Güte. Ja, ich wollte nur sagen, du warst das. Ähm, nee, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab diese Keynote mir schon so mit einem Auge reingezogen nur, weil ich tatsächlich, äh, so ein bisschen mit was anderem beschäftigt war nebenher. Aber halt dein Maul, Fynn, einfach. Lach einmal nicht so dreckig. Ähm, und ich fand's aber, muss ich sagen, so, ne, also irgendwie war ich so das erste, also nicht das erste Mal bei einer Keynote, aber wirklich so, wo ich mir so dachte, ja, okay, ist jetzt auch keine News. Also jeder hat damit gerechnet, Apple bringt, alles war vorher schon geleakt. Jeder wusste, Apple bringt in diesem Event ein neues iPhone raus. Das ganze Thema stand unter dem, äh, oder das ganze Kino stand unter dem Thema, unter, unter diesem Stern High Speed. Ja, also war irgendwie allen klar, okay, gut, wird wahrscheinlich 5G sein, so. Ja, und dann kam alles so wie erwartet. Und irgendwie hat's mich nicht, also es ist, also es ist, also ich will das nicht schlecht reden, es ist ein gutes Telefon. Es ist geil, neue Kamera, schneller, äh, wieder sozusagen altes, neues Design. Ja, alles cool, aber unterm Strich war's halt auch so, wo ich so denke, ja, okay, cool. Und in einem Jahr oder sagen wir in zwei Jahren, wenn sozusagen wieder der große Modellwechsel ansteht, dann talkt Apple halt wieder irgendwas anderes hoch. Also ich mein, ich hab so ein 11 Pro, das vor einem Jahr einfach so, wow, revolutionary war. Einfach, wo alle sich so dachten, boah, krass, hier, neues, neues, neues iPhone, ey. Und ich hab keinen Bock, mich schon jetzt wieder für irgendein anderes Telefon, was das gleiche Telefon ist, nur halt mit noch einer bisschen besseren Kamera und noch bisschen besseren Prozessor und so, mich da jetzt irgendwie hoch zu hypen. Weil ich mir so denke, in einem Jahr oder in zwei Jahren gibt's wieder ein anderes, so. Das Beste fand ich ja wieder, es ist ja immer, jedes Mal so dieses so best ever, best ever. Und diesmal hatten sie ja zum Thema 5G den irgendwie CEO oder was auch immer von Verizon dabei, der dann gesagt hat, so mit dem heutigen Event wird dann auch für 200 Millionen US-Bürger wird jetzt hier 5G freigeschaltet, ole ole. Und danach dann der nächste Spruch, und es ist das allererste iPhone, das auf 5G zugreifen kann. Ja, weil ihr ja es erst gerade freigeschaltet habt. Das kann ja das, 4S kann ja noch kein 5G-Smartphone sein, wenn's dann noch 5G gab. Aber immer so, oh, it's the first ever, the first ever, the first ever, ever. Ja, weil gab's ja vorher noch nicht. Und was macht das besser? Nichts. Ich meine, es ist sicher ein geiles Smartphone, aber wie du sagst, es ist höher, schneller, weiter. Aber irgendwie fehlt da für mich auch so ein bisschen die Innovation. Ja, nee. Selbst so beim Design. Ja, also gerade beim Design muss ich sagen, ja, also eine Mega-Innovation ist es nicht, keine Frage. Also die letzte große Design-Innovation beim iPhone fand ich, war halt das Zehner, was halt sozusagen edgeless gegangen ist so. Und gesagt hat, so, wir machen jetzt einfach das ganze Telefon-Screen und weg mit der Home-Taste und so. Das war so das letzte Mal, wo ein bisschen Design-Revolution stattfand. Aber ansonsten erwarte ich das auch nicht. Also das ist ja sowieso das Mantra, mit dem ich diese Apple-Keynotes angucke. Jedes nächste iPhone ist eine Evolution von dem vorherigen. Also es ist nicht so, dass, weißt du, es erwarten irgendwie alle von wegen, dass Tim Cook da übers Wasser läuft. Aber ich denke halt immer so, nee, das ist einfach immer nur ein bisschen Evolution. Aber gerade Apple ist ja nun der Innovator. Und gerade von dem kann man doch jetzt im Gegensatz zu Samsung oder Huawei erwarten, dass die auch mal eine Innovation bringen. Und nicht eben nur höher, schneller weiter. Das haben sie doch früher auch gemacht. Ja, eben, machen sie ja auch regelmäßig. Nur ich meine... Naja, machen sie ja eben nicht. Ja, aber du hörst nicht, also nee, genau das, was du jetzt quasi anmahnst, genau das machst du ja. Ja, wo ist denn da die Innovation? Warum ist Tim Cook nicht übers Wasser gelaufen? So, ja, nee. Ja, nee, ist halt einfach wieder ein iPhone, das wieder gut ist. Das sozusagen auf das bewährte Winning sozusagen Rezept zurückgreift. Mit einer bisschen besseren Kamera, mit einem schnelleren Prozessor, mit einem schnelleren Netz. Ende aus Mickey Mouse. Ja, aber nichts Neues. Ja, aber nichts Neues. Ein bisschen mehr Health oder sowas, beispielsweise. Ein bisschen mehr Health? Ja. Mach mal an die Leitung. Mach mal mehr Health. Ich sag mal hier, ich sag mal, die Apple Watch war ja nun so die erste ernstzunehmende Smartwatch, die ein EKG drin hatte. Das, fand ich, war mal eine Innovation. Und dafür steht eigentlich Apple für mich. Das fehlte mir jetzt irgendwie so komplett. Und früher waren sie halt auch immer so der Innovator. Und heutzutage ist es so. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Du kannst wirklich auf jede Keynote zurückgreifen. Und jedes Mal waren die Leute, ja, wo ist denn da die Innovation? Jedes Mal. Dieser Vorwurf kommt einfach jedes Mal. Der Punkt ist einfach, das ist immer nur ein evolutionärer Schritt. Und wenn du dann fünf Jahre zurückguckst, da denkst du dir so, boah, krass, vor fünf Jahren, ey, hatten Telefone noch nicht mal so, weißt du, Frontfacing Cameras. Ja, das sind sozusagen diese großen Zeitsprünge, oder in größeren Zeitsprüngen offenbart sich dann, wie viel da eigentlich passiert ist. Ja, und bei dem Telefon, da sind wieder irgendwie ein paar neue Features dazugekommen und so. Ja, aber das kann es ja jetzt nicht sein. Das ist ja, wenn ich sage, oh, ja, hier die neue Grafikkarte von Nvidia, die ist, naja, nicht wirklich besser. Aber wenn du in fünf Jahren dann guckst und denkst, oh Mensch, guck mal, vor fünf Jahren, wie langsam die waren und wie schnell die jetzt sind. Ja, nee, nee, aber. Das ist ja auch Evolution. Wie, die ist nicht wirklich besser? Doch, das neue iPhone ist besser als das vorherige, ja. Ja, sicher, aber es ist halt wieder so ein höher, schneller, weiter und nicht irgendwie was, wo man... Ja, aber das ist es doch immer. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich... Also das ist doch jedes Mal. Ich höre die gesamte Zeit sehr... Ja, und das ist traurig. Ich höre die gesamte Zeit sehr fasziniert zu, weil eigentlich war ich immer derjenige, der sagte, wo ist die Innovation und wo ist das Neue? Und das ist doch immer wieder der alte Wein in neuen Schläuchen. Und von daher bin ich gerade maximal... Nein, das ist doch... Was quatscht ihr denn? Ich habe mich maximal irritiert, dass ihr auf einmal... Ihr habt immer gegen mich geredet, das war alles neu und hier alles super und Kamera... Nein, das sagt niemand, das ist alles neu. Das behauptet niemand. Und Apple sagt auch nicht, das ist alles neu. Und unser Apple-Jünger kommt auf einmal um die Ecke und verteidigt das ja auf einmal. Ja, nein, weil Apple, das ist genau dieselbe Gerede wie mit Tenet und Christopher Nolan. Von wegen, ja, wo ist denn hier das Geile, wo ist denn die Charakterentwicklung und so weiter. Christopher Nolan hat nie gesagt, dass er Filme mit Charakterentwicklung macht. Und trotzdem kommen alle an und erwarten da irgendwie das nächste Citizen Kane. Wo ich mir so denke, nee, lasst die Sachen doch einfach das sein, was die Firma oder was der Regisseur oder wie auch immer daraus macht. Und dann wird immer so getan, als ob Apple, so weil Apple dieser Nimbus anhaftet, die großen Innovatoren zu sein, weil sie es auch sind. Ja, also ich meine, die haben einfach Produkte rausgehauen, die einfach unser komplettes Leben auf den Kopf gestellt haben, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also vor dem iPhone waren Smartphones einfach ein Witz. Ja, und dann kam halt Apple mit dem iPhone. Aber seitdem gab es halt immer kleine inkrementelle Schritte. Aber wenn dir jemand jetzt so ein iPhone 3G in die Hand drücken würde, dann würdest du halt abkotzen, was für ein Steinzeitding das ist. Kann ich bestätigen, ich habe ein iPhone 3GS und das ist zum Abkotzen. Ja, ja, eben, genau. Und das ist es halt immer, immer dieses Rumgejammer von wegen, ja, wo ist denn da die große Innovation? Aber dann ein Telefon kaufen, was zwei Jahre alt ist, will dann plötzlich keiner mehr, ne? Ja, eben, das ist, das ist deine Innovation, dass du halt einfach kein Telefon haben willst, das älter ist als zwei Jahre. Da sind die ganzen Sachen dann drin, wo du sagst, ja, aber das hat schon eine bessere Kamera, ne? Und das ist schon, und dann habe ich auf dem hier, habe ich aber kein schnelles Internet und so. Weil ich habe mir so, ja, nee, das ist einfach nicht das, was Apple, was Apple vorhat. Die werden doch nicht jetzt anfangen, dir irgendwie jedes Jahr, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr, da jetzt irgendwie das Feature reinzuhauen, wo du dir so denkst, ja, stimmt, krass. Also, sowas habe ich ja noch im Leben nicht gesehen. Das geht, also, wie stellst du dir das vor? Das geht doch gar nicht. Naja, das ist ja nun das, womit sie immer so verbunden werden, ne? Innovator und so weiter, wo ich dann denke, ja, gut, dann machen das eben jetzt andere, dann machen das Samsung, dann machen das Xiaomi, dann machen das Huawei. Ja, aber was hat denn Samsung jetzt Geiles gemacht? Ja, auch nichts großartig, aber... Ach so, ja. Wird auch nur höher, schneller, weiter. Ja, Gott. Natürlich, natürlich. Und das ist halt... Eine 108-Megapixel-Kamera beispielsweise. Ja, aber das ist halt diese... Hat das iPhone nicht? Ole, ole. Ja, ist ja auch nur höher, schneller, weiter. Und ganz ehrlich, ich nehme jeden Tag eine 12-Pixel-Kamera, die riesen Pixel hat, über eine 108-Megapixel-Kamera, die riesen Pixel hat. Das ist ja klar, das ist Marketing, das ist mir auch bewusst. Ne, das ist nicht Marketing, das ist Physik. Ja, so, so. Ne, aber das ist es ja, jeder Hersteller macht höher, schneller, weiter. Und das iPhone als Produkt oder als Sparte sozusagen, oder auch Smartphones als Sparte, da geht es nicht mehr um Innovationen. Weil wir haben alle sehr, sehr, sehr gute Telefone, die alle hochgradig darauf spezialisiert sind, was wir damit machen. Und da wird keine Firma jetzt ankommen und irgendwie versuchen, da jetzt disruptiv irgendwie um die Ecke zu kommen. Deswegen diese ganzen Folding-Smartphones und so. Das ist alles so... Das ist alles so ein Versuch, so Scheininnovationen reinzubringen, die unterm Strich aber gar nichts bringen zum Beispiel. Ja, oder dann kommt irgendwie Nokia irgendwie alle drei Jahre um die Ecke und sagt, ey, hier, guck mal, unser Telefon ist jetzt gleichzeitig irgendwie auch ein Wagenheber. Oder so, ne, ist das nicht krass? Darauf hat doch die Welt gewartet, oder? Das kann ein iPhone nicht. Und dann denke ich mir so, ja, nee, das ist scheiße. Das sind alles Pseudo-Innovationen, um sich in diesen Markt reinzudrängen. Aber der Punkt ist, die Geräte, die wir haben, sind hochgradig spezialisiert auf das, was sie tun sollen. Und natürlich geht es darum, einfach nur um Modellpflege. Im Smartphone-Markt geht es schlicht und ergreifend um Modellpflege. Dann gibt es eine neue Kamera, dann gibt es schnelleres Internet, dann gibt es noch ein besseres Display vielleicht, dann gibt es noch ein bisschen weniger Rand. Und so wird das jetzt halt weiterlaufen. Deswegen sage ich halt, die letzte größere Design-Innovation und technische Innovation war halt das iPhone X vor drei Jahren oder so, vier Jahren fast schon. Ja. Und das ist okay. Also jeder, der da mit der Erwartung dran geht von wegen so, ja, hoffentlich bringt Apple diesmal einen Wagenheber. und so, der ist halt irgendwie... Luftpumpe. Ja, genau. Luftpumpe wäre cool. Ja, genau. Wäre möglich. So mit Luftdruckkartusche. Mit so einem Kompressor. So genau, da wo eine Kamera ist, das ist so ein Ventil. Luftdruckkartusche, jetzt für 95 Euro im Apple-Shop kaufen. Ja, cool. Also deswegen, nee, die Riesen-Innovation ist da natürlich nicht. Aber, und da komme ich halt zurück zu deiner Anfangsfrage, Phil, ich habe auch keinen Bock, mich dann auch hypen zu lassen. Also ich habe mir das so mit einem Auge angeguckt, fand die Präsentation eigentlich eher lame insgesamt, weil tatsächlich sozusagen das Highlight-Feature war 5G, weil jedes Telefon, was Apple rausbringt, hat so ein Lead-Feature, ne, wo man sagt so, okay, das ist das Highlight-Feature oder das Headliner-Feature, wie man so schön sagt, und das ist sozusagen der Main-Selling-Point und dann gibt es noch ein paar zusätzliche nette Kinkerlitzchen. So beim 11er-iPhone war das der Night-Mode, ja, und die krass geile Kamera und so. Und dann gab es noch ein paar Zusatz-Feature, wie so verbessertes Face-ID und so, so eine Geschichten. Und alles cool. Und das passt dann. Und man konnte dann auf einmal auch 4K irgendwie in Slow-Mo aufnehmen und so, ne, das sind so kleine Features. Und in dem Telefon ist, wie gesagt, das Headliner-Feature halt 5G. Der Punkt ist halt, mich interessiert 5G überhaupt nicht. Also mir ist es so scheißegal. Ich bin so zufrieden mit meiner LTE-Geschwindigkeit. Ich muss nicht 5 HD-Streams gleichzeitig auf meinem Telefon gucken können. So, es ist mir komplett wurscht. Ich wäre auch okay, also ganz ehrlich, ich wäre komplett fein damit, mit 3G auch weiter irgendwie Twitter zu benutzen. Die Erfahrung, die wir Deutschen so mit Internet gemacht haben in den letzten Jahren, da wird dann 5G für uns vielleicht in 5 Jahren mal interessant, wenn es mal so langsam ausgebaut ist. Ja, ja, eben. Deswegen wundert es mich ein bisschen, weil tatsächlich stand im Raum so ein bisschen dieser, ja, dieses Gerücht, dass Apple 5G und ein 120-Hertz-Display in dem iPhone verbauen wollte. Und jetzt haben die aber zurückgerudert, obwohl die Hardware es theoretisch kann, haben sie aber zurückgerudert und gesagt, nee, okay, 5G ist unser Highlight-Feature, weil 5G und 120-Hertz-Display würde die Batterie zu sehr belasten. Und dann wäre das halt auf den Akku gegangen. Und da denke ich mir so, okay, macht komplett Sinn, aber ich persönlich als Konsument hätte mich über ein 120-Hertz-Display viel mehr gefreut. Der Punkt ist natürlich, das ist jetzt kein geiles Headliner-Feature, weil dann würde die News nämlich lauten, ah ja, das neue iPhone ist quasi das alte iPhone, nur mit einem 120-Hertz-Display, wir brauchten sowas. Ich persönlich hätte es geil gefunden. Das verbauen jetzt halt andere. Genau, das verbauen dann jetzt halt andere, genau. Aber Apple hat halt gesagt, nee, wir machen jetzt quasi diesen Sprung nach vorne. Das hat ja auch ewig gedauert, bis iPhone LTE hatte. Da gab es ja auch längst Telefone, die irgendwie LTE hatten. Und Apple halt gewartet hat, bis sozusagen das Netz ausgebaut ist. Und hier haben sie diesmal die Strategie sozusagen anders gefahren und gesagt, nee, pass auf, wir sind jetzt einer der Ersten, der jetzt ein 5G-Telefon rausbringt, das auch noch sozusagen irgendwie dünn, leicht und überhaupt ist. Also besser als alle anderen. Und machen das jetzt sozusagen sofort mit der Unterstützung halt des Carriers, der imstande ist, das Netz möglichst schnell auszubauen. Aber wie du halt sagst, in Deutschland fürs Erste wahrscheinlich komplett uninteressant. Und am Ende stellt sich auch noch heraus, vermutlich, wie es beim iPad war, das 3, das iPad 3, glaube ich, war das Erste, was irgendwie LTE hatte. Und dann war es aber so, dass die Chips, die die eingebaut haben, in Europa gar nicht kompatibel waren mit dem LTE-Netz, sodass man es gar nicht benutzen konnte, obwohl es so verkauft wurde als LTE-iPad. Und man so dachte, ja, okay, cool. Deswegen also, ja, für mich als Feature eigentlich irrelevant. Als Design cool, weil das 5er-iPhone damals mit den flachen Kanten war halt einfach das schönste iPhone in meinen Augen. Und ich finde es cool, dass sie jetzt zu diesem Formfaktor zurückgekehrt sind. Alles in Ordnung. Ja, und ansonsten, ja, bessere Kamera und so weiter. Aber ich denke mir, ey, ganz ehrlich, mit meinem 11er mache ich so geile Fotos jetzt auch schon, dass ich mir denke, okay, das bisschen mehr Kamera brauche ich jetzt nicht. Aber da sind wir halt wieder bei dem Ding. Wenn du ein Telefon der vorherigen Generation hast, dann ist dieses neue Telefon nichts für dich. Und das war die letzten Jahre auch schon immer so. Dieses Telefon ist für die Leute, die ein 8er-iPhone haben oder so. Die sich so denken, boah, jetzt langsam müsste ich mal. Und was kann man da jetzt bei Apple kaufen? Ja. Okay. Ja. Vielen Dank für diesen Exkurs. Ja, bitte. Ich hätte nicht ... Und nee, ich wollte aber noch eine Sache kurz loswerden. Oh. Ein bisschen lächerlich tatsächlich fand ich es dann. Also, wie gesagt, ich habe mir diese Keynote nur so irgendwie ... Ein bisschen komisch fand ich an der Präsentation. Apple ist ... Also, bei Apple geht es eigentlich immer darum, Features zu verkaufen. Keine Specs, ja. Sondern nicht von wegen, ey, hier ist schnellerer Prozessor und mehr Arbeitsspeicher und irgendwie 5G. Nein. Nee. A14-Prozessor. Der hat ein superneuer A14. Braucht weniger Strom. Ja, ja, ja. Lass mich doch mal ... Machen sie doch genauso wie alle anderen. Lass mich doch mal ausreden. Sagt doch nicht, die machen das nicht. Lass mich doch mal ausreden. Aber sie machen es doch. Und du sagst, sie machen es nicht. Äh, Vice President, I'm talking. Okay. Ja, also, pass auf. Nein, machen sie eigentlich nicht. Eigentlich verkauft Apple immer Feature-Sets. Das heißt, was kann ich damit machen? Und diese Präsentation hat mich aber eben nicht abgeholt an der Stelle, weil ich das Gefühl hatte, ja, okay, verstehe. Das ist schneller. Und das auch schneller. Und klar, damit kann ich schneller im Internet warten. Cool. Aber wirklich so als Feature-Set hat mich eigentlich nichts überzeugt. Es war jetzt kein neues Feature da. Weil zum Beispiel Apple ... Also, das Beispiel, was dann immer kommt, ist, Apple verkauft dir nicht NFC. Ja, und sagt, ey, wir haben jetzt einen NFC-Chip. Sieh zu, was du damit machst. Sondern Apple verkauft dir Apple Pay. Weißt du, sozusagen, das ist das Feature. Nicht der NFC-Chip, sondern was du damit machen kannst. Und Apple verkauft dir auch sozusagen kein Fingerabdruck-Scanner, einfach nur so, ja, sondern verkauft dir quasi eine Möglichkeit, dein Telefon besser zu entsperren und sicheres Bezahlen auch zu ermöglichen. Also, NFC plus Touch-ID. Also, quasi diese Nutzen-Technologie, um ein neues Feature zu ermöglichen. Und in dieser Präsentation hat mir das aber gefehlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass 5G für mich jetzt ein neues Feature ist. Sondern 5G ist auch ein schnelleres Internet. Ja, das ist doch genau der Punkt, den ich gesagt habe. Da fehlt die Innovation, da fehlt das Feature. Das eine neue Ding, weswegen ich mir das kaufen soll. Ja, das meine ich aber doch. Ja, nee, aber das Headline-Feature ist halt 5G. Nur für dich und für mich ist 5G jetzt erst mal egal. Aber da ist halt der Punkt, ich meine, du kaufst ja eh kein iPhone, deswegen. Aber für mich ist es zum Beispiel so, ich habe halt ein 11 Pro und ich werde einen Teufel tun und mir ein 12er iPhone holen. Habe ich gar keinen Bock, brauche ich nicht. So, aber wenn ich jetzt einen 8er hätte oder meinetwegen einen 10er, dann würde ich mir schon denken so, oh ja, vielleicht mal ein neues iPhone kann nicht schaden. Und dann hätte ich auf einmal natürlich auch die ganzen Features vom 11er dann auch mit drin. Ja, also das ist, wie gesagt, das sind inkrementelle Sprünge und niemand erwartet jetzt von 11er-Usern, so von wegen so, oh, ich muss mir das jetzt kaufen. Obwohl 11er-User das auch machen werden. Die ganzen Tag-Reviewer geben einem dieses Gefühl, du brauchst das neueste iPhone, sonst bist du irgendwie sozial und durch. Das ist schlimmer als so ein Maskenleugner. Ja, aber, also ja, ist nicht für dich, ist nicht für mich. Alles cool, let's move on. So, und ja, diese Präse habe ich mir halt so angeguckt und dachte, ja, okay, cool, wie er meint. Und eine Sache eben, auf die ich gerade zu sprechen kommen wollte, was ich lächerlich fand, war diese Introduction von dem iPhone Mini. Also wo ich mir so denke, da kam diese, ich weiß gar nicht, was für eine Rolle die hatte, kam diese Frau da auf die Bühne und dann so. Und dann haben wir noch hier eine Sache, da sind wir total stolz drauf, a product only Apple could do. Und dann macht sie diesen Koffer auf, dann ist da noch ein Koffer drin, und dann guckt sie in die Kamera, dann ist da noch ein Koffer drin, guckt sie nochmal in die Kamera und dann ist da ein kleineres Telefon drin. Und da dachte ich mir so, boah, ist das beknackt. Ist das bescheuert gerade. Ja, wirklich. Ich fand die Idee eigentlich mit den Koffern fand ich nicht schlecht. Aber dann lief halt die James-Bond-Mucke und ich dachte so, hä, machen die jetzt ein Feature mit irgendwie MGM und irgendwie so ein James-Bond-Limited-Phone, was ja wie gesagt eher so eine Sony-Nummer wäre. Wo ich mir so dachte, hä, was soll das jetzt? Und dann macht ihr diese Koffer auf, wie das inszeniert war. Nein, unser Praktikant hatte eine witzige Idee. Ja, genau, genau. Wie das inszeniert war, das war so lächerlich. Wo ich mir so dachte, Mann, wirklich. Also ihr habt einfach das 12er iPhone genommen, ein bisschen kleiner gezogen. Jetzt komm mir nicht mit Only Apple could do this. Wo ich mir so denke, ey, andere Hersteller haben auch kleine Telefone. Also was ist das denn? So Only Air, also ich verstehe das. Die machen das ja häufiger in irgendwelchen, ne? Also die schippen halt ein Feature-Set wie Face-ID und so. Und dann kommt immer so, Only Apple could do this. Und ich denke mir so, ja, okay, Integration von Software und Hardware, bestimmte Features kann Apple einfach als erster ausrollen und am geilsten und am stabilsten. Wobei, das ist ja sogar schon fast wieder innovativ, ein Smartphone rauszubringen, das top of notch ist, aber keine 6-Zoll-Bildschirmdiagonale hat. Weil inzwischen alle anderen Anbieter, da kriegst du ja kaum was unter 6 Zoll. Also in allerwenigsten Fällen. Also alles, was jetzt rauskommt, hat irgendwie 6,5. Ja, innovativ würde ich es jetzt nicht nennen, aber zumindest disruptiv für den Markt. Ja, nee, nicht innovativ, aber genau, ne? Dass mal wieder gezeigt wird, dass hier nicht gerade so ein Schungel-Unternehmen, sondern tatsächlich Apple wieder mal so einen Schritt zurück geht zu hier, es muss vielleicht nicht immer ein 7-Zoll-Smartphone sein, das du nicht in deine Tasche kriegst. Voll. Und ganz ehrlich, wenn das iPhone Mini so ein Pro wäre, weil es ist ja sozusagen nur das normale 12er, obwohl eigentlich sozusagen die Reviews, die ich jetzt gelesen hatte, eigentlich alle waren so, eigentlich ist das 12er das geilste, so preis-leistungsmäßig, weil das hat auch den aktuellen Prozessor drin und hat auch eine geile Kamera und so. Also was soll das? Aber mir wäre halt am liebsten, wenn das Mini auch ein Pro wäre, also wenn das wirklich das absolute Top-Line-Telefon wäre, aber halt klein. Da würde ich es sofort kaufen. Also ich finde schon, das 11er ist mir auch schon so, wo ich so denke, also viel größer darf es jetzt wirklich nicht mehr werden. Also ich hätte kein Problem, zu einem kleineren Telefon auch wieder zu gehen. Thema ist leicht eskaliert. Haben wir noch andere Themen heute? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt 20 Minuten nicht mehr sind. Nee, ich auch nicht. Ich dachte so, ja, habt ihr es gesehen? Ja, okay. Aber ein spannender Diskurs. Schön, dass wir ein Filmpodcast sind. Ach, das ist lange nicht mehr. Das stimmt. Lange nicht mehr. Wir haben es schon lange verkackt. Wir sind evolutioniert. Evolutioniert, genau. Gleich geschaltet mit der Merkel-Presse. Micha Wendler. Jetzt ist es raus. Ja, genau. Ich bin es. Ich bin es. Ich habe mir jetzt hier, bei Telegram bin ich raus, jetzt ist bei Nerd Talk angefangen. Laura, machst du noch mal Maria Krohn fertig? Das ist der einzige Platz, wo man seine Meinung unzensiert hat. Haben wir das auch hinter uns? Ja. Kommen wir lieber zu Filmthemen. Schnell weg, schnell weg. Ganz genau. Cut, cut. Das schneiden wir raus. Wie heißt es da? Hier, Nerd Talk sind wir ja. Ist ein Podcast. Und wir machen auch nebenbei ein Besuchertippspiel. Und das ist in der letzten Woche ausgelaufen, muss man ja auch mal sagen. Oh nein. Oh ja. 13 Wochen lang haben ... Oh, bin ich aufgewischt. Ja, ja. Bläh. Bläh. Für kein Wortwitz zu schade, ey. Nee, wirklich. Bring ihn. Bring ihn, wenn er noch so schlecht ist. Ist so flach wie das neue iPhone. Nice one. Ah, ah, ah. 13 Wochen lang haben wir getippt in einer sehr spannenden Corona-Zeit. Die Besucherzahlen der Kinostarts. Und jetzt ist es zu Ende. Und es gibt Charts. Es gibt ja auch bei uns Charts. Und da hat in diesem wahrscheinlich verrücktesten Besuchertippspiel aller Zeiten Tori gewonnen. Tori hat die besten Tipps über 13 Wochen abgegeben. Gefolgt von Bullion. Und dann ... Mitolau ... Mitolo ... Keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall auf Platz 3. Und auf Platz 4 haben wir Kisi. Und die haben ja auch was gewonnen. Denn dank einer Kooperation mit Century Fox gibt es ja Blu-rays von Jojo Rabbit, Spione Undercover, Le Mans 66 und Underwater. Es ist erwacht zu gewinnen. Von Le Mans sogar die Steelbook Edition. Und die gehen natürlich da raus an die Gewinner unseres Besuchertippspiels. Und da läuft im Hintergrund noch ein bisschen die Abstimmung. Gar nicht mal bei uns jetzt, sondern tatsächlich bin ich da mit einem anderen Dienst noch in Kontakt. Vielleicht gibt es da noch mal ein paar Gutscheine, die einen so ein bisschen da drinnen unterstützen. So Mediatheken und Netflix und so etwas im Blick zu behalten. Dazu aber vielleicht bald mehr auf Nerd Talk. Das weiß ich selber noch nicht, ob das klappt. Ja, aber tatsächlich Besuchertippspiel ist zu Ende. Vielen, vielen Dank an die vielen Leute, die trotz dieser spannenden Zeit hinsichtlich Corona teilgenommen haben. Es ist so, dass wir kaum jemanden verloren haben. So, das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, die irgendwie letztes Mal mitgemacht haben und dieses Mal nicht. Und das jetzt mit den ganzen Filmstarts, die wir jetzt in den nächsten Wochen haben oder auch nicht, haben wir gleich schon fast eine Überleitung zum nächsten Thema, ähm, werden wir dann natürlich trotz alledem irgendwie Filme tippen bei unserem tollen Gewinner, Werbesuchertippspiel. Es bleibt spannend. Es hat mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ja, war klar, dass bei euch jetzt Stille kommt, ja. Ja. Ihr seid ja voll mit dabei beim Besuchertippspiel. Ja, ja. Ja, was willst du denn da tippen? Da läuft doch nur Scheiße an. Ist doch so. Ja, das ist tatsächlich. Wenn du ehrlich bist. Ja. Ich bin ja auch kein Besucher, sondern Dauergast hier, also. Oh. Ja. Resident Evil, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Ja, wobei man wirklich sagen muss, also man muss die, man muss die Starts auch suchen. Das stimmt schon. Aber wenn ich mich jetzt so durchklicke, es ist jetzt alles nicht das Übergroße, aber man hat's nicht mitbekommen, aber neue X-Men ist gestartet. Ja. Was? Ja. Echt? Ja. Neue X-Men ist gestartet. Tesla ist gestartet, wo ich mir vorstellen kann, dass er durchaus bei den Oscars mitspielt. Tenet ist gestartet. Das war eine sehr spannende Runde. Also es sind schon ein paar Filme dazwischen und jetzt so gerade zuletzt auch, wenn man sich das hier so anguckt, warte mal, wo war's denn? Gott, du kannst dein Arsch sein, wo ich mich letztes Mal drüber ziemlich aufgeregt habe mit 65.000 und vor allen Dingen Jim Knopf und die Wilde 13 ist auch gestartet, hat fast 200.000 am Startwochenende gehabt. Und ich würd sagen, das ist so ein Wert, der mich selber sehr überrascht hat. Also es ist jetzt nicht so, dass du gar nichts tippen kannst oder dass kaum Besucher da sind oder auch kaum Filme anlaufen. Es sind dann halt nur nicht Wonder Woman, Dune, James Bond oder sonst etwas. Ja, ich find das ... Ja, ist halt ... Ich mein, die Großen haben sich halt zurückgezogen, ne, aus diesem Jahr so ein bisschen. Und jetzt ist sozusagen die Chance, in Anführungszeichen, für andere Filme da jetzt den Kuchen zu nehmen. Aber der Punkt ist ja, die Leute werden ja jetzt nicht trotzdem auf einmal anfangen, jetzt so, oh, ins Kino zu gehen, weil sie gerne ins Kino gehen, sondern sie wollen ja schon bestimmte Filme dann sehen, die halt Lust auf mehr machen. Eigentlich geht's mir nur darum, dann im Dunkeln zu sitzen. Ja, im Dunkeln zu sitzen, genau. Da kann ich bei jedem Scheiß filmen. Genau, Popcorn-Restaurants, wo es dunkel ist. Genau. Ja. Ja, aber tatsächlich, es gibt dann diese Ausreißer. Und das finde ich dann wiederum ... Also, das fand ich in dieser Staffel sehr spannend. Wie gesagt, Jim Knopf und die wilde 13 mit fast 200.000, was wahrscheinlich keiner so richtig geschätzt hat. Oder ... Dann tatsächlich den neuen X-Men, wo offensichtlich nicht nur du sagst, der ist angestartet, der 37.000 Besucher hat. Und wo man einfach sagt, Alter, damit hätte doch wahrscheinlich gar keiner gerechnet, dass ein X-Men so hart ablost. Und darüber mal so ein bisschen durchzudiskutieren oder darüber zu tippen und zu gucken, gerade bei solchen Filmen, wo es zumindest einen Namen gibt, wo man sich was darunter vorstellen kann, wie viele Leute gehen da rein. Das fand ich in dieser Staffel ganz spannend. Aber ich muss ganz offen zugeben, ich klicke mich hier so durch, so viele sind es dann tatsächlich nicht. Was dazwischen noch war, war Berlin Alexanderplatz, bei der Berlinale ganz groß dabei. Das war noch so ein Ding. Harriet war, glaube ich, bei den Oscars dieses Jahr ganz groß dabei. Das war auch noch mal so ein Ding, was in der Staffel mit drin war. So, aber ich gebe schon zu, dass eigentlich die Besuchertippspielrunden sonst natürlich deutlich größer sind. Aber gerade, weil sie nicht so groß sind, mit den Filmen, fand ich das wieder eine interessante Staffel. Klein, aber fein. Ne? So. Ganz genau. Ja, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. An dich, an Micha und an dich, an die nicht. Ich, ihr habt ja nicht teilgenommen. So. Aber, ja, wie gesagt, es geht bald weiter und dann tippen wir einfach weiter. Egal, ob ihr dabei seid oder und nicht. Genau. So. Mach doch. Geil. Dann gibt es auch wieder tolle Gewinne und Gewinne, Gewinne, Gewinne und was man so machen kann. Kann ich ja eh nicht gewinnen. So. Rechtsweg ist ausgeschlossen, weißt du doch. Ja, es geht ja, es geht ja auch um den Spaß, aber das kennst du nicht so, was Spaß haben. Ja. Dafür gehe ich in den Keller. Ja, ja, ja. Gehst in den Keller. In Österreich kannst du das nicht sagen, was dem, so. Aber, naja, gut. Kommen wir zu anderen Themen. Den hat er nicht verstanden. Keller und Österreich. Ich habe ihn verstanden. Okay, hervorragend. Böse, böse. Kommen wir lieber zu positiven Themen. Bei, äh, ich, ich, ich war ja weggeschmissen. Ich war ja, äh, 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 also gegen die Wand geflasht. Ich liege im Bett, ja. Eiei, oh, jetzt wird es wieder schmutzig. Eick, knapp. Also, ordentlich gegen die Wand geflasht, ja. So, so. Oh Gott. Nein. So, erinnert, ich scrolle nochmal durch meine Twitter-Timeline und auf einmal sehe ich einen Post von, äh, Hulu. Die Animaniacs kommen zurück. Alter. Da. Boom. Alter, die Animaniacs. Geil. Ah. Ja. Bist du ein bisschen allein jetzt, glaube ich. Du warst in diesem Podcast noch nie so allein. Genau. Hier kennst du Tom Hansen Castaway? Das bist du heute. Nein, ganz ernsthaft. Ihr könnt mir doch noch nicht erzählen, dass, äh, äh. Und wir beide sind Wilson. Genau. Also, Micha, komm, rette mich. Du hast doch früher auch in deiner Kindheit die Animaniacs gesehen. Hab ich nicht. Ich hatte in meiner Kindheit kein Kabelfernsehen. Oh. Micha war eher so Team Lila Launebär. Bimbambino. Ja, ja, doch, nee, nee, morgens, 8 Uhr, RTL mit Metti und Lila Launebär, so. Das war's. Nee, der hat immer Hugo geguckt mit seinem Digital-Tastentelefon. Ja, auch. Klick, 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 klick. Und Hugo und, und im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Wie hieß denn das hier? Powerball? Ja, Superball hieß das. Ja, Superball, ja. Genau, Superball. Links, links, links. Links, links. Stopp, stopp. Ja, genau. Ja, geil. Ja, genau. So, Phil, jetzt kommst du noch mal. Ja. Ja. Stille. Ja, nee, Animaniacs, wie gesagt, nee, Animaniacs nicht. Was gab's da noch so, alle so Privat-Cartoons hier? Die neuesten. Rugrats. Rugrats, das ist Nickelodeon. Power Rangers. Nee, Rugrats, dann gab es, hey, Andy, hast du hier Andy gesehen? Nee. Ist auch Nickelodeon gewesen. Rugrats. Ich hab nur, ich hab nur hin und wieder so ein paar Folgen Dark gesehen. Kennst du das? Dark ist auch sehr geil, ne sehr geil. Ja, was bei uns in der Familie immer alle Doug nennen. Doug. Aber ich kenn doch Doogie Hauser. Ja. Ja, jetzt bist du wieder alleine, Andy. Ähm, okay, ja. Ja, schön, wenn wir immer dieses Altersgefälle rausarbeiten mit Titeln. Ja, ich bin, okay, wow. Ich hätte jetzt. Nee, Animaniacs, nee. Nee, super, ganz toll, find ich prima. Ich klatsch dafür, Moment. Super, so ein nächstes Thema. Was haben wir? Dune wurde auch verschoben, hab ich gehört. Ich hab das Gefühl, der Phil hat noch was auf dem Herzen. Oh Phil, komm, schütt uns dein Herz aus. Ja. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Nee? Mach doch euren scheiß Podcast alleine, ey. Na gut. Ja. Jetzt weg hier. Ja, wie du meinst. Ähm, ja, Dune wurde auch verschoben. Ja, ups. Ja. Ja, ist mein Thema, ich will gar nicht drüber sprechen. So, ich bin beleidigt. Mach doch dieses Thema, was ich da reingeschrieben habe, alleine. Ja, also genau das hatten wir jetzt vor, bist du uns reingegreht. Was gibt's denn dazu zu sagen, Groß? Ja, gar nichts. Ist eigentlich verschoben. Weil einer in der langen Reihe von Filmen, die verschoben werden. Ja, super. Ja, und vor allem ganz ehrlich, also hat wirklich ernsthaft jemand damit gerechnet, dass er dieses Jahr kommt. Nein. Also jetzt mal, ne, also, äh, äh. Also jeder, der jetzt irgendwie auch noch das Gefühl hat, dass dieses Jahr überhaupt noch irgendwas geht, da denke ich mir so, sag mal, hat's. Oder hat man auch ernsthaft nach dem Trailer gewartet, dass das ein Film ist, auf den jetzt die Filmwelt unbedingt dringend in 2020 noch gewartet hat. Ich find's immer, ich find's immer erstaunlich, wie diese Marketing, äh, Maßnahmen oder Mechaniken tatsächlich greifen. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, dieser Film ist nichts Besonderes. Aber durch diese, durch dieses permanente, durch diesen permanenten Pseudo-Buzz online hat man irgendwie das Gefühl so, boah, das ist so das Ereignis. Ey, ganz ehrlich, da ist nix, nix dran. Also bei mir war der ganze Buzz erst mal so, ja, nee, der Trailer ist ja jetzt erst mal so, hm, also eher ablehnt, wo ich dann denke, okay, dass der jetzt verschoben wurde, das hat dann unter dem Bezug dann auch keinen gigantisch großen Nachrichtenwert, ne? Ein Film, wo die Erwartungen der meisten Leute, die den Trailer gesehen haben, eh so schon leicht gedämpft sind, wird verschoben. Oh mein Gott, ja, Gott. Ist halt so. Ja. Und, ähm, ich wollte auch noch sagen zu Dune, ähm, neulich ist es mir eben auf, auf Twitter irgendwie sozusagen das so reingespült worden, dass dieses Pink Floyd Cover, was in diesem Trailer verwendet wird, auch noch von Hans Zimmer verbrochen ist, zusätzlich. Und dann hab ich mir so, ach, das ist so scheiße, das ist so schrecklich. Weil dieses Pink Floyd Cover in dem, also erstens macht gar keinen Sinn da einen Pink Floyd Song zu benutzen, zweitens, wenn schon, dann zahlt wenigstens die scheiß Lizenzgebühren und benutzt den richtigen Song. Und dann haben sie das aber nicht gemacht, sondern haben einfach von Hans Zimmer so eine Version genommen und dann hab ich mir so, nee, komm, also, nee. Kompletter Rotz. Ich, ähm, hab mal jetzt gerade, also, was immer ganz toll ist und auch recht aktuell ist, ist auf, äh, insidekino.de, die hat, die haben einen, einen Startplan, wo man dann auch so kategorisiert nach, äh, Mainstream, Doku, Indies und so etwas sehen kann, welche Filme denn in den jeweiligen Wochen starten. Und ich hab da jetzt mal so, so durchgeskippt und irgendwie was megagroßes ist da jetzt tatsächlich nicht dazwischen. Das Einzige, was mich immer noch verwundert, ähm, tatsächlich, Wonder Woman 1984 wurde bisher noch nicht verschoben. Soll ja... Was? Doch. Echt? Ja, das hab ich aber gesehen. Ja? Okay. Naja. Dann hab ich mich... Echt, mach mal deine Hausaufgaben, Fellow. Echt, ey, scheiße, jetzt will ich einmal eine News droppen, ey, und dann sowas. Aber ansonsten ist da nichts dazwischen. Neuer Kinostarttermin für Wonder Woman. Ja. Wann? Da steht's. Ja, Moment, 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 Moment. Ja, na, 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 na. Kannst du es jetzt nicht so heiß machen? Am 23.12. kommt der Sequel. Genau, so. Nämlich am 23.12. Das ist noch irgendwie offen. Ansonsten, ähm, was mir so ins Auge springt, was am, äh, 29. Oktober noch, äh, in die Kinos aktuell kommen, äh, soll, aber irgendwie noch ein bisschen auf der, auf der, äh, Dings ist, auf der Kippe, das Remake von Hexen, Hexen, wo, mit Anne Hathaway, äh. Da gab's ja auch so gemischte Reaktionen online, oder? Ja. Also, weil einige so, oh, cool, ja, hier, mein Kindheitsding nochmal so gemacht, aber andere waren so, uch, Robert Zemeckis schon wieder. So, das, das seelenloseste Hollywood-Produkt, vermutlich. Ja, und das sind, äh, aber auch die wackeln irgendwie laut den Gerüchten eben. Ist auch irgendwie ein Stück weit, äh, nachvollziehbar. Und ansonsten ist da halt nichts Großes dazwischen, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt ein Kassenschlager. Natürlich, äh, kommen da, äh, gibt's noch so, ja, Kaiserschmarrn-Drama, das ist irgendwie in Deutschland so ein Ding, was voll, äh, steil geht, diese, diese gesamte bayerische Komödien-Reihe. Ja, aber das Andi-Doch hier, Grieß-Knockerl-Blues, oder? Ja, ja, ganz genau, das alles. Das waren die noch direkt dabei. Das, das, das soll am 12. November jetzt noch starten. Die Sampfknüdel-Salsa. Malasana 32, Haus des Bösen, ist so ein Horrorfilm, der irgendwie eine ganze Weile schon durch die Horrorszene durchwabert, der startet Mitte November. Cats and Dogs 3, auch so Cats and Dogs, auch so ein Film der Kindheit von vor 15 Jahren oder so etwas, war dann auch ganz nett, auch am 19. November. Film der Kindheit von vor 15 Jahren, sagt der Film. Oder 20, oder so. Naja, danke. Da siehst du mal, wie lange ich mich als Kind noch bezeichne. Als Kind wahrnehme, ja. Ja, 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 ja. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Aber es ist alles nichts Großes. So, da kommt nichts mehr dieses Jahr. Und von daher, tatsächlich erschreckt es keinen, dass Dune verschoben wurde, ja. Eigentlich muss man ja mal so jetzt rückblickend auch, also was ist rückblickend, Jahr ist noch nicht rum und wir gucken mal, was der November noch so bringt. Aber eigentlich, unfassbares Wunder eigentlich fast, dass Tenet dieses Jahr kam, oder? Also ich meine, der kam ja so wirklich genau in diese, ja, wie soll ich sagen, entspannte Phase, sage ich mal, von Corona rein, in Anführungszeichen. Und das ist ja eigentlich unfassbar. Also das ist ja wirklich so der größte Film. Ja, und durch den ist es vielleicht wieder schlimm geworden. Genau, das glaube ich nämlich auch. Ach nee. Doch, 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 doch. Jetzt kommt der ins Kino schon wieder die Zahlen wieder hoch, merkst du selbst. Ach so, so meint's. Ja, genau. Ja, ja, hier, Andi, Andi, hier, frag doch den Wendler. Das ist der große Christopher Nolan Plan. Eine große Verschwörung, genau. Weltherrschaft. Ja, nee, Tenet, die sind ja auch fünf Buchstaben, ne, genauso wie 5G, ne, das ist ja, das hängt ja zusammen, die wollen dir das einfach hier einimpfen. Ja. Ja. Ja, nee, aber ich. Das ist das, gleich Mikrochips. Also, 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 äh, tatsächlich, Tenet war der erste Aufschlag, alle haben durchgeatmet und gehofft, jetzt geht's los. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sind die echten Umsätze und die tatsächlichen, das tatsächliche Boxoffice sozusagen von Tenet ja immer noch nicht öffentlich, weil, äh, man dann halt in der Branche vermutet, dass die so scheiße sind, ähm, dass, das, ja, also, es gibt ja Gerüchte, dass der Film ... Ich denke, der soll ganz gut gewesen sein. Dass der Film ... Nein, 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 da gibt's ja, da gibt's ja zwei, äh, sozusagen, paar Schuhe oder zwei Schuhe hin an der Stelle. In Europa hat der ganz gut funktioniert, insbesondere halt auch in Deutschland und so. Da hat der durchaus sozusagen knapp die Erwartungen, glaube ich, erfüllt. In Amerika ist er halt komplett gefloppt. Da ist halt sozusagen niemand ins Kino gegangen, vor allem, weil viele Kinos und viele Bundesstaaten einfach auch noch gar nicht aufhaben. Also, Kalifornien allen voran, so. Und das ist dann halt kacke, wenn du dann einfach so ... Weißt du, Kalifornien als das Film, als der Film-Bundesstaat, ähm, wenn du das dann nicht da zeigen kannst, dann ist das schon kacke, ja. Ist schon ein herber Schlag. So, und es gibt jetzt ja die, ähm, also ... Man sagt ja, dass der, ähm, dass da mit Tenet in irgendeiner Form dann auch als, Gewinn verzeichnet werden kann und irgendwie auch erfolgreich, als erfolgreich gekennzeichnet werden kann. Oder zumindest ansatzweise, dass er sein Geld wieder reingeholt hat, muss er irgendwie so eine 400, 450 Millionen reinholen. Das letzte Gerücht, was ich so gehört habe, ist, dass der bei 200, 250 ist. Aber das ist ja halt auch noch nicht bestätigt. So, ähm, und deswegen, glaube ich, haben jetzt alle einfach wieder ... Die haben zwar gesehen, funktioniert irgendwie grundsätzlich. Man kann Geld mit großen Kinofilmen machen, aber eben nicht kostendeckend. Und dann, ja, kann ich's nachvollziehen, dass die ganzen großen Filme nach hinten verschoben werden. So. Spannend wird das, und das wird wirklich irgendwie spannend, was der erste ... Also, was Tenet 2.0 sozusagen ist. Was ist der erste Film, der sich wieder traut? Ja, was startet denn so im April, sagen wir mal? Im April? Ich scrolle mal runter. Äh, ja, Black Widow am 6. Mai. Hm, ja, könnte sein, ja. Ähm, Conjuring 3 im Juno. Pff, nee. Ja. Ja, mit Sicherheit nicht. Nee, das ist ... Ja. Ja, nee, also Kinos, also mich wundert das nicht, der ... Wie heißt er? Stefan, ne? Oder? Ja, er ist Stefan. Ja. Ja, ja, genau. Der, ähm, der hat das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also, den Kinos, der geht da jetzt echt der Arsch auf Grundeis, ne? Weil es gibt halt nix zu zeigen, so. Also, und dann kommen natürlich immer die Feuilleton-Leser und sagen, wie, es gibt ganz viele wunderbare Filme, die man zeigen könnte und so. Aber da denkt man so, nee, das ist alles so ... So eine intellektuellen Denke, so. Natürlich könnte man jetzt im Kino irgendwelche Sachen zeigen. Aber, ich meine, das ist halt ein Geschäft, das ist halt ein Business. Und da musst du halt Nachschub und neue Ware in die Regale, so. Und das ist halt wirklich ein Problem jetzt für die Kinos. So, von wegen, macht's überhaupt Sinn zu öffnen? Also, eigentlich, eigentlich kann man die Kinos jetzt einfach zumachen über den Winter. Ah, ich seh grad, ähm, 1. April 2021, konnten wir total natürlich, also, wuff, beziehungsweise 1. 31. der Dritte, äh, No Time to Die, James Bond. Ach, dahin haben sie ihn verschoben? Genau, auf den 31. Dritten. Also, wird das vermutlich der Film sein. Ob das Final ist? Ja. Ja. Mal gespannt. So, aber dann wird das wahrscheinlich der Film sein, der alle, der, der wieder der Tür und Tor Öffner ist. Ich find's ja ganz spannend. Der, sag du. Ich find's ja ganz spannend, dass Disney aber anscheinend so ein bisschen was aus diesem Mulan-Debakel gelernt hat, weil der neue Pixar-Streifen, der soll ja bei Disney Plus zu Weihnachten starten, ohne Aufpreis. Also, der ist dann im normalen, äh, Disney Plus-Angebot drin. Ja, Soul, ne, der neue, äh, äh, ganz genau. Und ich bin mega gespannt auf den, muss ich sagen, denn, ähm, also, gerade in den letzten Tagen überschlagen sich in meiner Twitter-Bubble die, äh, überaus positiven Kritiken, die alle irgendwie sagen, wow, Soul ist der beste und erwachsenste Pixar-Film, den sie je gesehen haben. Also, äh, da scheint echt was irgendwie in der, in der, in einer Pipeline zu sein. Und, äh, selbst wenn das nur so, also, nur halb so belastbar ist, finde ich das trotz alledem durchaus bemerkenswert, dass der jetzt in der ganz normalen Disney Plus-Flat irgendwann auch im Dezember herum eben verfügbar ist, weil das ist tatsächlich... Ja, ich bin gespannt, allerdings muss ich dazu sagen, ich hab jetzt eine E-Mail bekommen von Disney, ähm, dass mein Disney Plus-Abo jetzt ausläuft, demnächst, mein Jahres-Abo. Äh, ich glaub im November tatsächlich. Und ich bin am überlegen, ob ich überhaupt Bock hab, das zu erneuern. Ich glaub nämlich nicht. Ähm, also... Weil tatsächlich Soul der einzige Film ist, der mich jetzt noch interessieren würde. Ja, ne? Also, dafür, dafür würde ich tatsächlich auch ein Abo abschließen. Für 70 Euro. Nein, also, da gibt's bestimmt so einen Monatstestzeitraum gesockt da, ganz genau. Ja, okay, für einen Monat, ja klar, das ist halt wie ein Filmlein, kostet dann halt 5 Euro oder so, ne? Ja, könnte man machen, aber bei mir ist es halt, wie gesagt, das Yearly-Subscription-Ding. Aber jetzt da 70 Euro wieder rausballern, so. Ich mein, ich hab tatsächlich auf Disney Plus, also, eine Handvoll Sachen geguckt. Mandalorian interessiert mich nicht so sehr, dass ich das jetzt weitergucken muss. Ähm, ich hab diese Disney Imagineering-Doku geguckt und so ein paar Pixar-Kurzfilme. Und das war's eigentlich. Also, deswegen, so richtig der Mega-Deal ist für mich Disney Plus jetzt nicht. Ne, man liest auch irgendwie nirgends großartig was. Also, in meinen sozialen Netzen, wenn irgendwas ist, dann liest du über eine neue Netflix- oder Amazon-Prime-Serie. Aber eigentlich nie lese ich irgendwas von mir, oh, habt ihr das und das schon bei Disney Plus gesehen? Ja. Die haben irgendwie keinen Spin, irgendwie. Ja. Vor allem frage ich mich, wenn die jetzt die ganzen Filme im Kino bringen würden, äh, was würden die dann auf Disney Plus bringen? Also, weil Mulan wäre im Kino gelaufen, Soul wäre im Kino gelaufen. Also, kam da jetzt sonst irgendwas, was nennenswert ist? Also, es warten ja jetzt eigentlich irgendwie nur I Love Mandalorian 2, so. Aber auch da, also, wie ich gerade gesagt hab, für mich ist es nicht so interessant, dass ich jetzt bereit bin, da jetzt ein Abo extra für abzuschließen für Mandalorian. Also, ja, naja, schauen wir mal. Ja. Also, es bleibt, es bleibt tatsächlich spannend. Aber wie gesagt, Soul wäre jetzt so ein Ansatz, den mal Disney Plus auszuprobieren. Mulan hatte ich jetzt ja die Gelegenheit, mir den schon anzuschauen. Der, der, der hätte mich ja auch tatsächlich gereizt, nicht für 20 Euro Aufschlag, aber, ähm, den gibt's jetzt ja auch dann zu Ende des Jahres kostenlos, beziehungsweise im Stream-Abo mit integriert. Das ist so der größte Beschiss eigentlich, der das Mädel abgezogen hat. Also, ich komm da immer noch nicht drauf klar, dass es einfach von der Unternehmenskommunikation so schlecht gemacht, ey. Ja, jetzt haben sie es ja, wie Andi schon sagt, gelernt. Und das finde ich so. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich waren die Produktionskosten von Soul einfach deutlich geringer, dass sie sich sagen, okay, gut, dann lieber ein paar Subscriber mehr dafür reinholen, als da jetzt irgendwie versuchen, von dem Subscriber nochmal irgendwie 20 Euro aus der Tasche zu leiern. Ich bin gespannt, ja. Ja, also, es bleibt weiterhin desaströs in der Kinowelt, oder Filmwelt, sagen wir es mal so. Und sehr spannend. Das sind, das wird Weichen stellen. So. Können wir, können wir, können wir auf unsere lange Liste der, äh, wir nehmen das auf Wiedervorlage. Wie gesagt, es wird Weichen stellen. Genau, Prognosen auf Doom. Prognosen auf Doom, ja. Können wir nehmen, diese gesamte Phase. Ich glaube, am Ende des Jahres nennen wir die einfach Prognosen auf Doom. Genau. Ja. Naja. Kommen wir zum Feedback. Wir haben einiges an Feedback erhalten. Ähm, insbesondere, äh, wir, wir gehen ja in unseren Top 5 relativ selten auf, äh, Dings ein. Auf, auf, äh, die Kommentare, die den anderen Top 5 bei rumkamen. Ähm, das sollten wir aber tatsächlich mal tun für unsere letzte Top 5, die wir veröffentlicht haben. Filme mit wenig Dialog. Ich hätte, also, ganz offen, ich hätte so gedacht, ja, ach Gott, das, das wird jetzt eine von vielen Top 5s. Das ist auch eher nischig oder so etwas. Aber tatsächlich, Fapse und Sultan of Swing haben sich dann auch so hingesetzt. Und auch, ähm, auf, auf Twitter gab es dann die ein oder andere Rückmeldung, äh, nee, auf Facebook war es. Luke Manywalker hat sich da auch gemeldet, die alle so sagten, hier, also, ich hätte da noch ein paar, äh, Dialogarme Filme. Wie, also, Fapse sagt so, still, Drive ist irgendwie, hatte ich ja auch auf dem Zettel gehabt, aber es haben wieder runtergeschmissen. Und das ist halt noch so hin, kommt mit Sean das Schaf, äh, um die Ecke. Hört sich erstmal lustig an, meint es aber, glaub ich, ziemlich ernst, weil auch da ein kompletter Kinofilm ohne Dialog. Also, sehr, sehr spannend. Und das mag ich eigentlich an den Top 5, dass man sich erst so klar wird, man prickt mal in so ein Thema hinein. Und dann kommen da, äh, echt viele, viele, viele Filme rum, auch die man selber gar nicht so auf dem Schirm hat. Super interessant. Okay, dann mach ich einfach weiter. Das ist ja meistens so. Also, ich setz mich dann immer hin, überleg mir fünf und bin froh, wenn ich fünf habe. Also, mir fällt es dann immer schwer, mich dann wirklich, ähm, zu memorieren und zu gucken von den Hunderten von Filmen, die du gesehen hast. In welchen waren da jetzt nicht so wirklich viel Dialog? Da gibt es natürlich immer so ein, zwei, die sind immer so sehr offensichtlich. Die hat man dann immer irgendwie auf dem Schirm. Deswegen, ihr macht euch ja immer drüber lustig, dass ich irgendwie meine Lieblingsfilme doppelt und dreifach nenne, weil sie mich immer so beeindruckt haben und irgendwie in alle diese Kategorien reinpassen. Aber es ist nochmal so. Also, ich hab, gerade heute hab ich bei Trakt auch wieder meine ganzen Filme, die ich so das Jahr über gesehen habe, nochmal abgeglichen mit meinem Netflix-Guckprofil, dass da mir auch nichts durch die Lappen gegangen ist. Und da waren auch wieder Dinge dabei, wo ich dachte, Alter, hast du den wirklich geguckt? Und das waren Filme, die waren vielleicht von Oktober letzten Jahres, wo ich die gesehen habe. Und die dann wirklich so für so eine Top-5 dann immer präsent zu haben, das ist schon für so einen alten Mann nicht so einfach. Aber es ist schön, dass du es zumindest schaffst. Ich versuch's, ja. Also, dass du es dann zumindest schaffst, irgendwie alles da zusammenzusetzen sozusagen. Ja, und vor allem aus dem Stand. Einfach so, so scheiße, ich hab die falsche Top-5 gemacht. Ja komm, da brauchen wir jetzt eine neue. Einfach zack. In der ersten Minute so einfach bam, einmal eine neue Top-5 aus dem Boden gestammt. Dafür bin ich lang genug Entertainer, mein Freund. Ja, genau, einfach wing it. Einfach so, komm, klatsch schon. Aus der Hose geschüttelt. Ja. Es ist schön, dass das Gedächtnis bei dir noch funktioniert. Person, woman, man, camera, TV. Der eine sagt so, der andere sagt so. Hier im Haus bräuchtest du die Frage nicht stellen. Ich hab, also, ja. Und dann haben wir in der letzten Sendung ... Besser vergesslich als Sprachstörer. Hard disagree. Frag mal Didi Haller vor. So, der kommt mit ... Ähm, wir haben in der letzten Sendung, glaub ich, über IMAX gesprochen. Ähm, beziehungsweise du an, äh, Michi, Michi. Oh Gott, Michi. Sag mal, pass bloß auf, Freundchen. Fängst dir gleich eine. Oh mein Gott, ey. Ähm, Ernsthaftigkeit. Lass uns wieder Ernsthaftigkeit in diesem Podcast reinbringen. Ähm, Micha, hast du über IMAX gesprochen und davor gewarnt, dass man, dass es ja, dass man insbesondere Tenet nur im echten IMAX gucken sollte. Ich mahne zur Vorsicht, ja. Und Stolleber, Schlepper, IMAX-Fänger. Ja. Genau, Limex. Ja. Ja, so wird's genannt, no shit. Ja, ja. Gemein, Hashtag Limex. Ja. Und Stollebub hat mal so nachgefragt, wo kann man denn jetzt dieses echte IMAX denn gucken hier in Deutschland? Äh, sind gar nicht ... Also, wo kann man's denn gucken? Ja, die sind alle witzigerweise im Umkreis von 80 Kilometern zueinander verteilt. Es gibt drei Screens in, äh, Sinsheim, Karlsruhe und Speyer. Ähm. Die Welt schritte, echt. Genau, und die sind wirklich alle so da komplett konzentriert, so in einem Haufen im, äh, im Westen, tief im Westen Deutschlands. Und ja. Typischer Fall von, ich kenn da einen, der kennt da einen. Ja, nee, wirklich, ich frag mich wirklich, ob da nicht irgendwie derselbe Typ einfach irgendwie so ein Leinwandfetisch hat, einfach diese Kinos dahin geklatscht hat oder zumindest die da hat reinsetzen lassen. Da sitzt für die Region einfach richtig guter Key-Account-Manager. Ja, ja, wirklich, weil wirklich der Rest von Deutschland, also wirklich so dunkel, ey. Äh, selbst Berlin, ich mein, Berlin hatte ja wenigstens noch eins bis vor kurzem im Sinistar, haben sie ja auch weggemacht. Es gab eins in München ganz früher im Technischen Museum, auch nicht mehr. Ja, also es wurde alles so zugemacht und jetzt machen sie so diese ganzen Pseudo-IMAX-Säle auf, die halt, wie gesagt, diese Leimaxe sind. Also auch das in Berlin im, äh, in der Mercedes-Benz-Arena ist auch nur so ein Fake-IMAX. Auch das hier in Amsterdam ist auch nur so ein Fake-IMAX. Ist das nicht cool? Und, ach ja, hatte ich, hatte ich das schon erzählt in der letzten Sendung eigentlich? Ich hab den ja nochmal geguckt, ne? Ja, ja. Ja, genau, deswegen kamst du da drauf. Ja, ach so, genau, ja, genau. Ja, und, na, mh, das ist nix, wenn, wenn dann richtiges IMAX. Wie gesagt, Karlsruhe, Speyer und, äh, Sinsheim, äh, eine Reise wert. Das in Karlsruhe kann ich, kann ich besonders empfehlen. Sinsheim ist immer eine Reise wert. Ja, das auch, aber das in Karlsruhe ist gut, guter Saal. Ja, da hab ich Tenet auch geschaut. Im, im Z, ZKM, ja. ZK der SED. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Reden wir über Filme, besser ist das. Ach, siehste. Ja, gut, dass wir ein Filmpodcast sind. Ähm, ach Gott, zack. Ich kann über diesen Spruch einfach nicht mehr lachen. Ja, ich find den immer noch lustig. Ja, wirklich, ja. Einfach, einfach, einfach sinnlos. Vor allem sind wir doch längst, wir quatschen doch über alles Mögliche immer. Hast du nicht über meinen Rant über irgendwie die US-Wahlen gehört? Nee. Echt? Wir sind eigentlich ein Politcast. Genau. Wir sind eigentlich ein Politcast, getarnt als Filmpodcast, damit die gleichgeschaltete Merkel-Presse uns nicht kriegt. Genau. Das sind wie so TikTok-Schmink-Tutorials, die China anprangern. Folgt uns auch gerne bei Telegram. Ja, genau. Was wolltest du sagen, Phil? Dieses Stöhnen. Ja. Es ist alles so traurig. Ja, haha, noch lachen sie alle. Ich habe keine Kraft mehr. Andi, wenn wir schon beim Thema sind, gleichgeschaltet und DDR und weiß ich nicht alles, du hast gerade spontan noch was nachgetragen. Wir nehmen das einfach mal als Einstieg, weil dieser Podcast entgleitet mir. Macht doch euren Scheiß allein. Muss ich wieder was ganz geschmeidig aus der Hose schütteln, ne? Gerade wo ich gesagt habe, es geht gerade SED. Andi mit seinem Dingshäut, ey. Ey, das ist Stromberg. Das ist dein komischer Penisfetisch heute, ey. Locker durch die Hose atmen. Ja, ja, genau. Bernd Stromberg. Ja? Ja, ja. Kollege. Schon klar. Alles Zitate hier, alles Zitate. Ja, Moment. Ja, wo ich gerade SED-Karte? Locker aus der Hose atmen ist Atze Schröder. Nein, 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 nein. Erstmal schön locker durch die Hose atmen, das ist schon Stromberg. Ja, ja, ja. Glaube ich. Aber das erste Zitat ist nicht aus Stromberg. Nee, aber das war angelehnt. Naja. Angelehnt. Angelehnt. Nachher machst du an Dieter Nuhr, ich bin ja Satiriker. Ich darf das. Ja, ist doch so. Also, was wolltest du sagen, Andi? Jetzt komm, mach weiter hier. Ja, ich wollte sagen, Lass dich doch nicht erdauert unterbrechen. Ja, genau. Wo ich gerade gesagt habe, hier, ZK der SED ist mir eingefallen. Mensch, wir haben doch gerade gestern noch just eine Serie zu Ende geguckt. Da sieht man mal, wie schnell mein Gehirn doch vergesslich wird. Und zwar Deutschland 89, die dritte Staffel von der Deutschland-Serie. Die dritte und finale Staffel haben wir gestern zu Ende geguckt. Und ich konnte mich gerade jetzt auf die letzten Meter nochmal dran erinnern. Ist die dritte Staffel von der Deutschland-Serie nicht verboten? Nein. Das war die Strophe. Oh, 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 oh. Das war die Strophe. Alter, ey. Prühe im Glanze dieses Glückes. Heute wird aber auch mit popkulturellen und politischen Themen hier geschossen, ey. Meine Fresse. Was da verboten ist, musst du eher Sarah Connor fragen. Ja, ähm, Deutschland 89. Dritte Staffel nach Deutschland 83. Deutschland 86. Deutschland 89. Das gibt es doch nicht. Ja, jetzt? Gibt es nicht. Ja, jetzt ist es vorbei. Also da wurde auch gleich gesagt, das ist die letzte Staffel, die gemacht wird. Ja gut, ich meine, Mauer ist gefallen wahrscheinlich, ne? Nehme ich mal an. Der eine sagt so, der andere sagt so, ne? Kam Martin Rauch so am Anfang, gespielt von Jonas Ney, so um die Ecke am Anfang der ersten Staffel. So, dit war's dann auch, wa? Oder wie? Dit war's, ne? Dit war's. Ja, nee, also, ne, das Ganze spielt ja, man ahnt es ja jetzt fast, in Deutschland 1989, rund um den Fall der Mauer. Und wie du gerade schon gesagt hast, der gute Herr Rauch ist ja ein Doppelspion, der einerseits zwar erst für den HVA, also quasi die Stasi gearbeitet hat, dann aber vom BND abgeworben wurde und irgendwann auch noch mit dem CIA zu tun hatte. Und der begleitet dann quasi so geheimdienstlich den Fall der Mauer und die Wände und was danach dann so alles mit den guten oberen Herrschaften der Stasi passiert. Ja, passt sich wieder super in das Bild ein, genauso wie die anderen Staffeln. Kann man eigentlich nicht viel zu sagen, außer, ja, wer die anderen Staffeln mochte, der wird auch die mögen. Was immer ganz spannend ist bei der Serie ist, dass hier auch immer so versucht wird, ähnlich wie man das aus Forrest Gump kennt, dass man versucht, hier eine unbekannte Person irgendwie mit so historischen Begebenheiten irgendwie zu verknüpfen. Also letztlich ist er es dann auch, der dafür sorgt, dass die Mauer fällt, weil er diese Notiz da irgendwie weiterreicht, von wegen, das gilt unverzüglich. Kennen wir alle diese historischen Worte. Das hat er irgendwie alles gedeichselt und so gibt es da noch so ein, zwei Szenen, wo man sich dann denkt, oh, da versucht man wieder so den Connect herzustellen zur Realität und ihn da irgendwie so in irgendwelche Machenschaften hineinzudrängen, die es tatsächlich gegeben hat. Beispielsweise Herrhausen-Attentat seiner Zeit. Ist ganz lustig, eigentlich. Ist ganz lustig. Und Micha, dir muss ich die Serie ganz doll empfehlen. Und zwar spielt da ein Typ mit, der ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein kleiner DDR-Lakei, der sich immer seinen Vorgesetzten andient und immer sehr prinzipientreu ist. Und nach der Wende macht er quasi mit Anteilen von Robotron einen auf Steve Jobs und versucht dann auch im schwarzen Rollkragenpullover den Leuten die Zukunft des Computers zu verkaufen. Und über den musste ich mich dann dermaßen so beömmeln, weil der sieht so geil aus. Du siehst ihm so quasi noch die DDR an, aber so diesen schwarzen Rollkragenpullover und in der Hand immer so eine Zeitschrift, ich glaube, Time Magazine mit Steve Jobs vorne drauf. Und ja, Steve und ich, wir haben die gleiche Vision. Das ist schon sehr lustig. Ich und der Steven. Genau, ich und der Steven. Ja, kann man gucken, muss man nicht. Die erste Staffel habe ich gesehen, fand die auch echt cool, aber dann nicht so, dass ich mir dachte, boah, jetzt musst du die nächste auch gucken. Also, ja, Geht dann letztlich auch so weiter. Ja, also ich glaube, dass sie gut ist und so, aber ja, also, ja, wie gesagt, die erste habe ich gesehen, fand ich gut. Ich bin irgendwie auch so mega selektiv geworden, was so meine Zeit angeht. Manchmal denke ich immer, ja, das gibt das Lebensgefühl von damals eigentlich relativ gut wieder. Auf der anderen Seite denke ich, ja, es ist alles so ein bisschen sehr Stereotyp, dass du dann natürlich typischen Stasi hast hier und da und dort und natürlich das Lehrerpaar, das gegen die Stasi aufbegehrt und dann natürlich in den Hohenschönhausen landet. Ole, ole, ja, alles klar. Oh, da habe ich eine Führung gemacht. Da wird dann immer ziemlich viel versucht, da in so wenige Charaktere reinzupacken. Muss man gucken, ob einem das liegt, ja oder nein. Also für mich war es okay. Also nichts, was ich jetzt sage. Leute, guckt das unbedingt, aber wer die ersten Staffeln vielleicht kennt, der könnte mal einen Blick drauf werfen, weil es eigentlich ziemlich konsistent auch noch so weitergeht. Ja, wobei ich hatte gehört, die zweite Staffel ist ja gar nicht mehr so geil. die war tatsächlich auch ein ziemlicher Hänger, weil die spielte irgendwie so 86, das war so irgendwie weder Fisch noch Fleisch, also die Wende war noch nicht in Sicht und irgendwie musste man das ja irgendwie verkaufen. Da ging es dann hauptsächlich so um die Devisenbeschaffung über irgendwelche Waffenexporte, Importe, die über Südafrika gemacht wurden. Spielte also zum Teil dann auch in Südafrika, wo man sich dann denkt, ja, nee, das hat so nicht den Look and Feel von der Serie, die eigentlich so die zweigeteilten Deutschland irgendwie so zeigen soll. Aber die dritte Staffel ist dann wieder besser, die spielt dann letztlich fast ausschließlich wieder in Deutschland und von daher nach der doch etwas durchhängenden zweiten Staffel hat sie sich dann in der dritten Staffel dann doch wieder ein bisschen mehr gefangen. Ich habe noch nicht mal die erste gesehen, von daher, ähm, ja, am Orch. Ähm, sollte ich denn tatsächlich, also ich höre so raus, ist ganz nett, aber nichts, was ich auf meinen Pile of Shame oben noch draufpacken muss. Passt das? Nee, nicht unbedingt, echt nicht. Der ist, der ist hoch genug viel. Ja, ja, sehr groß, sehr groß. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus, Micha? Ich sehe in unserer umfangreichen, hochqualifizierten und, äh, ausgeklügelten, äh, Auflistung der gesehenen Filme, dass du ein paar Klassiker nachgeholt hast. Ja. Oder wiederholt hast, whatever. Ja, also was heißt, was heißt nachgeholt? Also ich habe so ein bisschen meine, mein, mein Sehverhalten jetzt die letzten, zwischen den Sendungen so ein bisschen, äh, thematisch, sag ich mal, strukturiert. Du hast es an die, du hast es an die Hörer angepasst und schaust dir jetzt, äh, Love Island. Auf das Niveau einfach, der Hörer. Das Sommerhaus der Stars. Genau, genau. Und Bachelor und all, all den Scheiß, ja. Nee, ähm, nee, ich habe, so sagen, sagen wir mal so, Regisseur-Themen-Abende gemacht. Ähm, hab halt, äh, Stanley Kubrick, äh, zwei Filme geschaut. Und dann die beiden einzigen Filme von Tom Ford, dem Modedesigner. Ähm, aber wir fangen mal, wir fangen mal mit, äh, Kubrick an. Und zwar habe ich ein Film, glaube ich, jetzt zum, ich will nicht lügen, aber es waren jetzt bestimmt schon zehnmal, ähm, geschaut, nämlich 2001. Ähm, Odyssee im Weltall oder Weltraum? Heißt der Weltall oder Weltraum? Also Space Odyssey halt. Ja, und, ähm, äh, und Uhrwerk Orange, den ich noch nie gesehen habe. Ach, den habe ja selbst ich gesehen. Ja, ich habe Uhrwerk Orange noch nie gesehen und das war jetzt das erste Mal, dass ich den geschaut habe. Ähm, äh, in welcher Reihenfolge spreche ich denn jetzt kurz darüber? Ich fange mal an mit Uhrwerk Orange. Ähm, der, also der kam ja in den 70ern, also nach, ähm, 2001. Und ist ja eigentlich so eine ganz andere Art von Film, ähm, als jetzt 2001. und, und von der Machart, vom Budget ist so total, also wirkt so total Indie wieder und wie so ein totaler, ja, so ein künstlerischer Autorenfilm halt. Ähm, und ich muss sagen, der ist, der, mich hat der irgendwie nicht gepackt. Nee, mich auch nicht. Gut, nächstes Thema. Nee, also der ist, der ist mit Sicherheit gut. Und der ist, äh, der war mit Sicherheit, also, was heißt mit Sicherheit, 100 pro, für die damalige Zeit, als der rauskam, war der mega disruptiv. Also, die Art, wie der inszeniert ist und, und sozusagen der, die, die Ideenvielfalt, die da quasi drinsteckt und sozusagen die, die Metaphern und all das. Das ist schon, ähm, das war schon krass damals mit Sicherheit. Aber irgendwie hatte ich mir jetzt, weil das halt so dieser Überklassiker ist und so, hatte ich mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr davon versprochen, so. Ich fand den halt einfach, also, ich bin sicher, dass ich meine Meinung revidieren würde, wenn ich den jetzt noch ein paar Mal gucke und mir irgendwie Sekundärliteratur dazu anlese und so. Aber er hat mich halt auch einfach irgendwie nicht, nicht so richtig unterhalten als so, wie soll ich sagen, so, ja, Gesellschaftssatire, sag ich mal, so Science Fiction, Satire. Jetzt hole ich ein Argument von dir heraus, das du bei Tenet geschmissen hast. Es geht ja nicht darum, unterhalten zu werden. Es geht ja darum, die, äh, die, die Intention und auch irgendwie, also das ist ja ein puristischer Sandy-Kurig-Film. Ähm, und es geht ja darum, irgendwie die, äh, das Gefühl und, also die Möglichkeit, dass ein Regisseur die Möglichkeit hat, einen Film so zu machen, wie er ihn machen will. Und das ist doch das, bemerkenswert und das Schöne und das, äh, tatsächlich an der Stelle auch das Unterhaltsame an der Stelle. das habe ich gehört, als ich sagte, Tenet hat mich nicht unterhalten. Und das hast du gesagt, das hast du, äh, nicht mit diesen Worten, aber dann doch, inhaltlich so rübergebracht und jetzt bringst du das eigene Argument. Nee. Also erstmal, äh, ist das ja voll, nein, also erstmal kritisiere ich ja überhaupt nicht, wie Stanley Kubrick diesen Film gemacht hat. Das ist ganz hervorragend, wie Stanley Kubrick diesen Film gemacht hat. Und dass er mich nicht unterhalten hat, das ist halt in erster Linie mein Problem. So, also, ähm, ja, also ich hab ja jetzt auch, also du hast mir das auch gerade so in den Mund gelegt, ich hab ja auch nicht gesagt, dass ich nicht unterhalten war. Also war ich tatsächlich nicht, aber das ist gar nicht, das ist gar nicht Dreh- und Angelpunkt meiner Kritik. Ähm, meine Kritik ist einfach sozusagen, er war jetzt nicht das, was ich davon erwartet hab. Ähm, ich würd den jetzt aber nicht, nicht schlecht reden wollen, sondern das ist halt einfach ein alter Film, der damals mit Sicherheit sehr disruptiv war und so weiter. Aber wenn ich mir den jetzt einfach als irgendwie Kinozuschauer 2020 angucke zum ersten Mal, mit diesem Nimbus, dem, der da drüber schwingt, von wegen so, oh, hier, das ist jetzt der krasseste Film, so, ja, dann sitzt er halt da und denkst dir so, okay, gut, ist halt intellektuelle Auseinandersetzung mit, sozusagen, menschlicher Natur gegen Kontrolldrang, gegen sozusagen staatliche Einflussnahme, staatliche Regulierung, wie passen die beiden Sachen überhaupt zusammen und so. Also, es sind alles relevante Themen, auch heutzutage noch, also gar keine Frage. Ich war jetzt aber unterm Strich halt nicht unterhalten, aber ich würde das nicht dem Film zum Vorwurf machen, sondern ich fand ihn jetzt halt einfach so, ja, okay. Ja, aber tatsächlich, äh, genau das, was du jetzt da so gerade skizziert hast, ist bei mir genauso gewesen, ich hab den irgendwie vor drei, vier Jahren mal gesehen, auch voll aufgeladen, alle voll am Hypen diesen Film und dann, ja, genau wie du sagst, ist irgendwie ein ansehnlicher Film, hat auch irgendwie seinen, seinen Inhalt und seine Ästhetik, ähm, kann ich sogar, ganz viele Inhalte sogar. Kann ich, kann ich, kann ich sogar diesem, ich kann diesem Film sogar mehr mitnehmen als, ähm, äh, Shining, ja, also irgendwie, tatsächlich, also irgendwie, das war für mich von Stanley Kubrick so eine Enttäuschung. Shining hat dir gar nichts gegeben? Nee, hat mir überhaupt nichts gegeben. Krass, okay. Also da hat mir dieser Film sogar noch mehr gegeben, aber auch da irgendwie so von seiner, von seinem, von seinem, wie sagtest du, von seinem Nimbus, äh, dem, ihm da als, als Vorschussläubert mitgegeben werden, das konnte ich dann halt auch im Jahre 2016 oder wann ich den geguckt habe, hab ich so richtig nachvollziehen. Ja, so ist es halt. Ja, aber wie gesagt, damals mit Sicherheit, ne, es war ja wie mit dem Paten bei mir. Und ich hab den dann auch geguckt und hab mir so, ja, mein Gott, es gab seitdem halt auch bessere Mafia-Filme und so. Man muss, man muss Filme halt immer so ein bisschen im Kontext ihrer Zeit sehen und damals war Urweck Orange halt einfach mit Sicherheit so eine Sache, wo alle so dachten, alter Schwede, krass, das ist ja hier pure Kunst. Also da hat sich der Regisseur ja einfach komplett einmal selbst reingegossen, so. Super. Okay. Und jetzt, aber, 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 dann hast du auch, aber, dann hast du auch 2001 und ist hier im Weltraum nochmal hier angeschaut. zum zwölften Mal. Ja, genau. Und den hab ich jetzt, ja, wirklich, den hab ich jetzt einige Male schon gesehen und hab mir den jetzt nochmal angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr geflasht wie dieses Mal war ich noch nie bei diesem Film. Der hat mich so umgehauen. Wirklich, der ist so unfassbar, dieser Film eigentlich, weil eben auch, wenn man mal diese Brille aufsetzt, der Zeit, aus der er stammt, ne, also die Amerikaner sind noch nicht mal zum Mond geflogen, da kam dieser Film raus und du siehst diesen Film und fragst dich einfach, wie zum Geier habt ihr das gemacht? Also das ist so unglaublich, der ist von 1968, also der ist jetzt locker über 50 Jahre alt, dieser Film und ist einfach so, also, also zum einen Narrativ total seiner Zeit voraus, nämlich sozusagen setzt sich ganz, ganz stark eben mit dem Thema nach künstlicher Intelligenz auseinander und und mit dem Thema sozusagen menschlichen Fortschritt und sozusagen des Übersprings oder des Sprungs auf sozusagen die nächste Daseinsstufe, auf die, auf die nächste, ja, Stufe der Evolution sozusagen jeglichen Lebewesens, insbesondere halt des Menschen in diesem Film. Also sozusagen vom thematischen Überbau einfach mega visionär, aber dann einfach als, als rein ästhetisches Erlebnis ist dieser Film einfach unglaublich. Also ich erzähle hier, glaube ich, niemandem was Neues, wirklich, weil jeder hatte Gelegenheit, ihn zu sehen. Kleiner Geheimtipp. Ja, genau, kleiner Geheimtipp. Ja, ich hab ihn auch mal gesehen, ja, ja. Da hast du ihn auch mal gesehen, genau. Und ich hab ihn, 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 ich hab ihn das erste Mal gesehen, auch im Kino, allerdings bei einer Wiederaufführung im Jahr 2001, also jetzt knapp vor, vor fast 20 Jahren. Und da hab ich den überhaupt nicht, also ich will nicht sagen, nicht verstanden, aber da war das für mich so, äh, also ähnlich wie jetzt bei, bei Ulrich Orange. Ja, nee, wirklich, weil ich mir so dachte, hä, was soll das? Also da fliegt da fünf Minuten lang. Scheiß Walzermusik hier, Alter. genau. Ja, mach mal, mach mal ein bisschen David Guetta. Mach mal hier ein Bildschirm schon weg, Kollege. Ja, ja, nee, wirklich, weil dann ist da so, wie der sich daran aufhängt, dieser Film, wie dann so eine Mondfähre fünf Minuten lang in kompletter Stille einfach durchs All fliegt und man so denkt, Mann, ey, mach hin, ey, kann ja wohl nicht wahr sein, weil einfach meine Erwartungshaltung war, okay, das wird jetzt so ein Sci-Fi-Klassiker, wie jetzt Planet der Affen damals oder oder sowas. Flash Gordon. Ja, genau, und dann ist es das halt aber gar nicht, sondern dieser Film ist einfach ein audiovisuelles, ähm, ja, Erlebnis, muss man ganz einfach sagen, also der, der, der widersetzt sich so ein bisschen klasse, einer klassischen Narration, sag ich mal, aber als mündiger Kinogänger im 2, im Jahr 2020, kann man, kann man sich da, also da konnte ich mich zumindest da reinfühlen, weil genau dasselbe könnte man jetzt über Uwek Orange auch sagen, ja, von wegen so der, der widersetzt sich ja auch in einer klassischen Narration und so weiter, hat mich halt aber einfach nicht abgeholt, kann sein, dass ich in 20 Jahren nochmal anders darüber denken werde, ähm, aber bei 2001, da, da ging mir jetzt einfach echt das Herz auf, also, diese, diese Sachen, also jetzt wirklich aus einer rein technischen Sicht, sehen so verdammt realistisch aus, also wenn wirklich so eine, wenn, wenn diese ganze Undock-Station mit der Raumstation, diese Raumstation fliegt da durchs Weltall und die Kamera fährt so dann durch die Raumstation durch, also durch diese, durch diese Speichen und so und ich denke, ich frage mich halt, wie, oder, oder die sind am, ähm, im Innern sozusagen von so einer Raumfähre, die halt zu dieser Raumstation fliegt, von, von Pan Am und dann fliegt da so ein Kugelschreiber in, in null Schwerelosigkeit durch die Bordkabine und dann kommt da so eine Stewardess rein mit so, mit so Gravitationsschuhen oder Gravitationssocken und hebt so, also nimmt diesen Kugelschreiber in völliger Schwerelosigkeit aus der Luft und steckt den, den Typen halt wieder in die, in die Brusttasche und dann denke ich mir so, okay, wie zum Geier habt ihr das gemacht? Also es ist krass. Soll ich dir sagen, das ist mir auch sogar aufgefallen. Wie denn? Fäden? Äh, tatsächlich, no shit, also das ist mir, das ist mir, nee, Parabelflug kann das nicht gewesen sein. Das ist mir sogar aufgefallen, ähm, weil, weil das, also das war der einzige, das glaube ich nicht. Doch, no shit, also ohne, ohne dass ich es nachschlagen müsste. Ich glaube dir das nicht. Weil du musst mal drauf achten, ähm, wenn sie diesen, äh, cooli greift, äh, greift sie diesen zwar aus der Luft, aber, ähm, du siehst, dass es einen ganz, ganz leichten Widerstand gibt. Das heißt, dieser, äh, der, der schwebt nicht frei, oh Wunder, sondern der ist dann etwas befestigt. Ach komm, das ist doch, nein, 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 also ich hab es gesehen und schlag es nach, das ist keine Fake News, äh, long story short, das ist eine, Natürlich haben die das irgendwie gemacht, Es ist eine große, ja, aber es ist mir echt aufgefallen, es ist eine große Plexiglasscheibe, die sie einfach bewegt haben und da ist mit einem leichten Klebepunkt der cooli draufgeklebt und dann, äh, lassen sie die einfach so ein bisschen bewegen und tatsächlich, das ist mir aufgefallen, wie sie dann diesen Kugelschreiber greift, diesen Stift greift und dann tatsächlich muss sie ja ganz leicht diesen mini, mini, mini Widerstand dieses Klebepunkt überwinden, und dieses Abruppen, diese zwei Millimeter, die du dann doch benötigst, da, äh, so, die, um den Stift da abzuziehen, das ist mir aufgefallen, das ist eine riesige Plexiglasscheibe, wo sie einen Stift draufgeklebt haben, es sieht aber mega gut aus, genau, da bin ich bei, das ist halt der Punkt, also natürlich kann man, wenn man es weiß und überhaupt oder auch wenn man es nicht weiß und dir fällt das auf, kann schon sein, trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, wie unglaublich, also wie unglaublich im Jahr 1968 einen Film aus dem Boden zu stampfen, der so aussieht, also der diese Effekte einfach, also erfunden hat gewissermaßen, also da sind ja Sachen drin und, und jetzt komme ich nämlich eben zu diesem, zu, zu einem Gedanken, den ich hatte, während ich diesen Film geschaut habe, ich, ich habe mich erinnert gefühlt, dieses Gefühl, was jetzt 2001 in mir verursacht hat, war ein bisschen das Gefühl, was ich bei Tenet hatte im Kino, nämlich da zu sitzen und zu staunen, wirklich zu staunen darüber, was man gerade eigentlich zu sehen bekommt und wie das überhaupt, wie das überhaupt geht, also wirklich Dinge zu sehen, die man noch nie gesehen hat und auch nie wieder wahrscheinlich so sehen wird, mit, mit eigenen Augen und ich, also ich war komplett geflasht und auch, obwohl mich 2001 beim ersten Mal gucken echt so ratlos zurückgelassen hat, ein bisschen über, wie gesagt, wie der aufgebaut ist, die Narration und der Bogen und die Themen in dem Film, fand ich den dieses Mal unglaublich unterhaltsam und ich weiß nicht warum. Ich saß so da und konnte dieser Story einfach so komplett folgen und hatte wirklich das Gefühl, okay, ich verstehe, warum jeder Shot wie in diesem Film ist und es baut alles logisch aufeinander auf und irgendwie war der für mich als Gesamtkunstwerk einfach so begreifbar auf einmal, dass ich mir so dachte, okay, Wahnsinn, das ist einer der größten Filme aller Zeiten. Also ich kann es nicht glauben. Ich gratuliere dir, du hattest deinen The Fountain-Moment. Das war so ungefähr, dass mir bei dem Film durch den Kopf ging. Ich verstehe es nicht ganz, aber diese Atmosphäre, wie sie das gemacht haben, geil. Ja gut, so ging es mir die Male davor. Dieses Mal war es wirklich, ich habe es komplett begriffen. Also ich war wirklich so erleuchtet so richtig. Also dieses Mal dachte ich so wirklich, diese Story erschließt sich mir von A bis Z gerade. Also ja, wirklich, es war echt ein Erlebnis. Ich kann es nur empfehlen, holt euch die Blu-Ray, die vor ein paar Jahren rauskam. Die hat ein Wahnsinnsbild. Also auch der, das Bild ist scharf, die Farben sind perfekt. Das Bild hat so einen total ruhigen Bildstand auch. Dass manche Szenen, also bestimmte Einstellungen sehen einfach aus wie heute gefilmt. Also auch von der Ästhetik, glaube ich. Oder wenn die diesen Monolithen auf dem Mond finden, weißt du, weil dann finden die ja diesen Monolithen auf dem Mond, fliegen dahin, dann gehen diese Astronauten auf der Mondoberfläche runter zu diesen Monolithen, wo sie diese Ausgrabung hatten und denkst dir, ey, das ist auf dem fucking Mond gedreht. Kann mir keiner erzählen, dass ihr das nicht auf dem scheiß Mond gedreht habt. Das sieht so krass aus. Und dann auch die Optik, die die benutzt haben und wie das inszeniert ist vom Licht und das hat alles so einen Realismus an sich. Aber auch so einen Hollywood-Realismus. Also unfassbar. Also ich bin wirklich grenzenlos begeistert von diesem Film gerade. Und wie gesagt, holt euch diesen Blu-Ray, guckt ihr auf dem größten Bildschirm, den ihr zu Hause habt. Idealerweise auf dem Beamer oder so. Und gebt euch den nochmal. Richtig schön mit 5-1-Tonen, mit gutem Sound, gutem Bild und allem. Also auch eben mit dem Walzer, was du gerade meintest, mit Strauß. Ich habe diese Mucke eigentlich immer gehasst in dem Film. Weil man kennt diese ganzen klassischen Themen hier, so der Strauß-Walzer und so. Das kennt man alles aus so Parodien von 2001. Also man kennt das eher in einem humoristischen Kontext. Aber wenn man sich mal komplett darauf einlässt und sagt, okay, pass auf, dieser Film hat das quasi begründet. Dieser Film hat das erfunden. Diese Art von sozusagen, ja, Parodie sozusagen. Auf den Film geht das zurück. Und einfach, was Stanley Kubrick damit erreicht, dieses ganze 5-minütige Manöver, wie die Fähre im Anflug auf die Raumstation ist, das mit diesem Strauß-Walzer zu untermalen, ist einfach unglaublich geil. Das ist so unglaublich gut, weil das einfach dieses, diese, diese Ego-Fuck quasi der Menschheit einfach so gut rüberbringt. Dieses Majestätische von wegen, schaut euch an, die Menschheit hat den, hat das Weltall erschlossen. Was sind wir kultiviert? Was haben wir den Kalten Krieg überwunden und so? Also wirklich so dieses Feiern eigentlich der männlichen Errungenschaft, äh, der männlichen, der menschlichen Errungenschaft in Form eben dieses Walzers und dieses Poms und, und wirklich das so, so zu inszenieren als einfach, ja, Speerspitze der menschlichen Evolution. Unglaublich. Unglaublich. Ein Wahnsinnsfilm. Wow. Alter, ja. Also, tatsächlich haben wir jetzt auch irgendwie vor zwei Jahren das erste Mal gesehen Happen, oder zwar drei Jahren und haben seitdem, glaube ich, auch nochmal ein, zwei Mal gesehen und ich kann deine Euphorie zumindest inhaltlich ein Stück weit nachvollziehen. Auch ich hab mich da nicht gelangweilt, sondern immer wieder neue Dinge entdeckt und kann auch unterstützen, äh, den, dass dieser Film auch heute oder gerade heute noch auf großem Screen sehr gut funktioniert. Mhm. Und, und Interstellar zum Beispiel ist ja Christopher Nolans 2001 für mich mehr als, weil der wurde ja mit vielen anderen Filmen verglichen, aber für mich ist Interstellar einfach so hart inspiriert von 2001 und wäre ohne 2001 nicht möglich gewesen. Also auch so, was Effekte angeht und was so die Art des Storytellings angeht und so sich Zeit zu nehmen und so. Also, für mich ist, ist Interstellar einfach wirklich der, der, oder anders gesagt, 2001 ist einfach der Ursprung auch dieses Films. Also, ist einfach die Keimzelle gewesen für, für Interstellar auch. aber natürlich in keinem, steht natürlich in keinem Verhältnis, was sozusagen das, das Genie in diesem Film angeht, aber das nur noch so am Rande. Fast genauso begeistert, ähm, war ich ja von Searching. Nicht so krass wie, wie, Stanley Kubrick rotiert im Grab. Also, Alter. Ähm, ja, also, es muss auch nicht immer eine Überleitung geben. Nö. Genau. Also, auf Teufel komm raus, ey. Ja, ich, geh zurück in die Morningshow, aus der wir dich geklaut haben. Ja, wirklich. Ja, nein, Searching, äh, war für mich auch eine Erleuchtung in seinem Genre, sagen wir es mal so. Ähm, denn, äh, ich hätte nicht gedacht, dass der bei mir so gut ankommen würde. Es, ist ein Film aus dem Jahre 2018 und das Spannende an der ganzen Sache ist, dieser Film spielt quasi ausschließlich auf Displays, auf Computer-Displays, auf Handy-Displays, teilweise auf Fernseh-Screens und sowas. Wenn man, äh, bisher habe ich so Filme gesehen, so Unknown User oder sowas, ähm, und es gibt irgendwie noch mal ein paar andere Horror-Ableger, die, äh, äh, dort eben so etwas, äh, versuchen. Ja, oder gibt es auch eine Folge Modern Family, die das macht, oder? Ja, ganz genau. Also da gab es bei uns im Slack, hat das irgendwer auch, äh, äh, ne Quatsch, auf Twitter hat das wer erwähnt, glaube ich. Das, äh, warte mal, lass mich nachschlagen. Ähm, das Filmmagazin hat sich da ganz kurz gemeldet und sagte, Modern Family spielt auch nur auf dem kompletten Desktop. Genau. Aber sowas, was so Kinofilme betrifft und nicht Serien oder so, ähm, fällt mir tatsächlich so Unknown User, es gibt noch irgendwie einen zweiten, Unknown User 2, glaube ich, gibt es auch noch. Und dann gab es noch einen anderen Horrorfilm, wo du im Hintergrund irgendwelche Wesen, äh, da langschleichen siehst. So. Und ich fand es ganz interessant, Andi, zu welchem Film hast du vor kurzem gesagt, äh, geht jetzt nicht gar eine neue Generation mit On-Display-Filmen los? Ja, ich glaube, ob das war, wie hieß der, war das nicht, ja auch Unfriend Me oder so, auch in zweiter Bereich. Wo ich dann gesagt hab, ne, so in Zeiten, wo man Social Distancing machen muss, muss man sich ja auch was überlegen, äh, wenn Darsteller nicht mehr miteinander zusammen, äh, schauspielern dürfen, sich nicht mehr in die Arme fallen dürfen, du musst ja irgendwie trotzdem den Betrieb am Laufen halten. Da dachte ich natürlich, eine Alternative wäre dann natürlich eine Unzahl von solchen Filmen. Ja. Searching stammt aus der Vor-Corona-Zeit, wie gesagt, nach 2018 und, ähm, erzählt eine Geschichte, ähm, es ist ein Thriller eigentlich, oder so ein Drama, ja, eigentlich doch Thriller, denn, ähm, man sieht einen, äh, jungen Vater, alleinerziehend, ähm, der seine jugendliche Tochter, halt mit der ganz viel eben über, über FaceTime und irgendwie Skype und sowas kommuniziert und, ähm, ähm, eines Tages will er sie erreichen und sie antwortet nicht und er denkt sich da jetzt halt nichts bei, aber am nächsten Tag antwortet sie auch wieder nicht und, äh, ja, long story short, um es mit dem Bücher zu sagen, die macht sich lange, nein, das weiß man halt nicht, das weiß man halt nicht, sie, sie antwortet nicht mehr und der Vater weiß halt null, wo sie ist und, ähm, so siehst du dann im Grunde auf dem Screen von seinem Notebook, ähm, wie er irgendwie versucht, an Informationen heranzukommen, mit einer Polizistin, äh, so ein Videochat macht und, äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt eben dann auch, äh, das Notebook seiner Tochter nimmt, was dann zufällig zu Hause geblieben ist, ähm, und da dann, ja, irgendwie sich durch ihr Notebook durchklickert und irgendwie versucht, ja, Hinweise zu finden, was mit seiner Tochter passiert ist und das ist mega spannend inszeniert, erfrischend, weil es eben nicht so ein Horrording ist und was mir besonders gut gefiel, es ist halt auch recht real oder echt, also ich nehme diesem Film ab und seinen, seinen Methoden, wie er so auf dem Screen die Geschichte erzählt, dass das durchaus so passieren kann, weil ich hab da jetzt nirgendwo so gesessen, mhm, das ist jetzt aber irgendwie, also da habt ihr jetzt aber einen komischen Kniff erfunden sondern der nutzt Facebook, der nutzt Google Maps, der nutzt Dienste, die ist halt, die wir auch tagtäglich nutzen und das fand ich super spannend, da mal so heraus, oder zu sehen, ja, wie eigentlich so einzelne Datenfragmente, einzelne Dokumentenfragmente oder hier so ein Instagram-Feed oder hier ein YouTube-Video Video dann irgendwie so einzelne, ja, Datenpunkte, Connecting the Dots sozusagen ist, damit man in irgendeiner Form dann am Ende herausfinden kann, wo sie denn sein kann oder was sie überhaupt, äh, äh, ja, bewegt hat und das ist super, super, super Film, also ich bin echt da sehr geflasht gewesen. Ich hab den ja gestern auch geguckt, auf deine Empfehlung hin quasi, ne, wie du siehst, er steht auch bei mir im Konzeptzettel drin und ich kann das alles das war jetzt alles nur, das war jetzt nur gespielt Only for the Show. Ah, okay, for the drama. Ich fand den genauso gut wie du, ich fand den sehr intelligent erzählt, also, ne, er verarscht den Zuschauer nicht, sondern, wie du schon sagst, alles wirkt sehr realistisch mit den Sachen, die man denn auch wirklich so tagtäglich, äh, so zu tun hat und ich find, der Film ist auch die komplette Zeit über spannend. Du bist, du weißt ja quasi, du hast ja alles immer nur aus der Perspektive des Vaters, du weißt immer genauso viel wie er weiß, weil du ja letztlich quasi immer nur auf seinem Screen klebst und das ist schon sehr, sehr spannend gemacht und wenn du denkst, es kommt nichts mehr, kommt irgendwie doch noch was und wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, auf einmal merkt er irgendwo, oh, hier war auf einem Foto ein kleines Detail, Moment, ich komme ins Stocken. Der ist wirklich, die komplette Zeit über richtig, richtig spannend. Ja. Aber, äh, verlässt der Film den Screen eigentlich auch oder ist er wirklich komplett von Anfang bis Ende wirklich nur Screen? Nee, er verlässt den Screen in dem Sinne, dass du teilweise auch mal Ausschnitte von irgendwelchen, äh, Fernsehnachrichten siehst, die dann da über den Screen laufen, die quasi dann nicht auf seinem Bildschirm ablaufen, sondern, ne, quasi zeigen, was denn da auf, auf irgendwelchen New Streams dann laufen. Also, du bist nicht immer nur direkt auf seinem Laptop, sondern es gibt auch mal andere Kameras, äh, die da genutzt werden, aber du hast nie die Situation, dass du wirklich, äh, tatsächlich in der Szene bist und die Darsteller dann wirklich, äh, agieren siehst. Der größte, der größte Kniff ist quasi, also ich hab ja grad schon gesagt, er skypt auch mit einer Polizistin, weil er einfach nicht mal weiß, wo seine Tochter ist und dann, ähm, so viel ist er dann doch gesagt, das ist auch an der Stelle kein Spoiler, man sucht dann irgendwann und wie das halt so in so einem kleinen Dorf ist, bekommen das die Lokalmedien mit und dann sieht man da zum Beispiel eben so, so Newsflash und jetzt, ah, wir durchsuchen das, äh, das Gebiet und dann siehst du da eben, äh, dann halt, ja, wie so, dann so ein paar Bilder eben in diesem Newsflash gezeigt werden, wie Leute da, die jetzt das Waldgebiet durchsuchen oder wie die Polizistin so eine Presseankündigung macht und das ist natürlich ein interessanter Kniff, irgendwie aus dem, äh, äh, Bildschirm herauszukommen und trotz alledem, diese, diese, diese Bildschirmdenker aufrecht zu erhalten und das, das, also, vom Desktop-Bildschirm wegzubekommen und trotz alledem zu sagen, naja, also wir filmen jetzt nicht einfach, wie sie die Presse, äh, ähm, Pressemitteilung herausgibt und Interviewfragen beantwortet, sondern wir verpacken das eben in so ein Newsflash hinein, das ist da der, der, die größte Beugung sozusagen der ganzen Sache. Genau. Aber das, das haben die wirklich gut gemacht, wie gesagt, das spielt teilweise auf Smartphone-Screens und, äh, es ist halt viel, wie ich schon sagte, dieses Connecting the Dots, er findet dann irgendwo im Hintergrund etwas, er guckt dann, äh, er sieht dann da irgendwie ein Straßenschild, fängt dann an, auf Google Maps irgendwas zu suchen, versteht dann, ach, warte mal, Google Maps, das ist, das Straßenschild scheint hier zu, scheint hier zu stehen und irgendwie da hinten, da ist doch irgendwie, warte mal, was ist denn das für eine Gesteinsform? Diese Gesteinsform, die habe ich doch irgendwo auf dem anderen Bild auch schon gesehen und so baut er sich dann zusammen, wo seine Tochter war und mit wem er, mit wem sie wie interagiert hat, super, super packend. Ich fand das Ende ein bisschen zu, boah, da musste man irgendwie zum Ende kommen, so, ähm, gefühlt zumindest, das war alles so ein bisschen hoppladihopp, aber auch da eigentlich realistisch sozusagen und, und, und gewissermaßen rund, ähm, ja, also wirklich eine Empfehlung, eine kleine Perle, die ich gar nicht so, so gut erwartet hätte. Allerdings, also, ja, das Ende, muss ich sagen, das ist ja manchmal so, wahrscheinlich vielleicht auch, wie es im echten Leben ist, eine Sache, die sich irgendwie groß aufgebaut hat, ist dann mit so einem leichten, lauwarmen Piff irgendwie, löste sich in, nicht wohlgefallen auf, äh, von daher finde ich das nicht schlimm. Äh, was ich auch noch besonders gut fand, war die darstellerische Leistung von John Cho, den kennen wir eigentlich als Commander Zulu, äh, Entschuldigung, Lieutenant Zulu aus Star Trek, aus den Neuverfilmungen, und der liefert echt ordentlich ab, weil der hat ja quasi die ganze Zeit, genau, er hat die ganze Zeit Screentime, er ist derjenige, den du immer in der Webcam siehst, und, äh, es gibt dann, ähm, Szenen, wo er dann wie so ein rastloser Tiger hin und her rennt, weil er einfach total aufgedreht ist, und das nehme ich ihm in dem Moment echt richtig ab, also, ne, hat für mich wirklich ordentlich gut abgeliefert, der Kerl. Ja, Moment, Moment, ich habe es jetzt, ich habe es jetzt aber irgendwie nicht verstanden, also, er ist, er ist sozusagen auf dem Bildschirm dann zu sehen, oder was? Genau, richtig, er ist ja quasi die ganze Zeit auf der Webcam, er kommuniziert ja unter anderem mit der Polizei und mit anderen Leuten, und du siehst ja ihn die ganze Zeit, du siehst seine Mimik die ganze Zeit, und dann natürlich auch Szenen, äh, sage ich mal, die im Fernsehen laufen, wo er dann auch zu sehen ist, ähm, auch sehr, sehr überzeugend, also, ich nehme ihm diesen Vater, der wirklich besorgt ist um sein Ein und Alles, äh, tatsächlich ab. Allein wie der Film anfängt, der hat mich allein schon in den ersten paar Minuten so begeistert, ich musste irgendwie sofort an den Film abdenken. Ja, ah, ich auch, wie geil. Ja, krass, oder? Also, wirklich, ne, ja. Ich denke mal, das wird man, glaube ich, denke ich mal, sagen können, oder? Ja, ja, ja. Das ist ein Spoiler, wenn man sagt, er ist alleinerziehender Vater, weil seine Frau vor, äh, zwei, drei Jahren gestorben ist und ganz am Anfang siehst du dann halt, äh, wie das Kind noch klein ist, so erste Screenshots und erst das erste Mal Lächeln in die Webcam, dann so verschiedene Szenen, wie sie in die Schule geht, das erste Mal vierte Klasse, das erste Mal Highschool, lalala und irgendwann siehst du dann nur noch die Mutter, wie sie eben auf der Intensivstation liegt und irgendwann siehst du, wie dann der Mauszeiger, der ja immer diese ganzen Videos aufklickt, ein Foto von ihr nimmt und es in eine Todesanzeige platziert und auf einmal hast du dann nach nur drei Minuten einen richtig fetten Kloß im Hals, ne, so wie man das bei Up kennt, der ja auch ganz am Anfang einem ordentlich in die, äh, in den, äh, in den Bauch geboxt hat und genau so hab ich das bei diesem Film ja auch empfunden, der hatte mich also auch damit sofort auf der emotionalen Ebene voll gecatcht. Ja, aber richtig, also ganz, ganz toll, ich hab auch sofort dann abgedacht, weil, ähm, ja, weil das genau diese Dramatik mitbringt und genauso schön und, und emotional, aber auch irgendwie kreativ. Nicht, nicht schwülzig, nicht schmeizig. Ja, sehr gut gemacht, well done. Also Searching, wenn ihr den noch nicht gesehen habt oder wenn du ihn noch nicht gesehen hast, Micha, nimm dir gern mal die Zeit und schau ihn dir an. Vermutlich ist das ein Film, der wie viel, wie alle anderen Screenfilme oder Onscreenfilme sozusagen auf, auf großem Beamer oder Kinoleinwand womöglich tatsächlich ein Stück weit anstrengend werden kann, ähm, aber tatsächlich, wenn man den dann irgendwie auf dem Fernseher guckt, der läuft bei, äh, Netflix, glaube ich. Netflix, ja. Netflix, ähm, super konsumierbar auf einem, an moderat großem Fernseher zum Beispiel, weil der da einen Überblick hält. Und auch nicht zu lang. Genau, 102 Minuten. Gibt, glaube ich, gerade mal so 90 Minuten. Genau, 102, ein bisschen über anderthalb Stunden. Ja, also wirklich empfehlenswert. So. Ja, vielleicht gucke ich mir den mal an. Vielleicht. Ultimative Guck-Empfehlung. So. Hm. Das Gleiche. Da kann man nicht Nein sagen. Oh. Anmoderation aus der Hölle. Ja, ja. Wie, wie führe ich es weiter? Das Gleiche. Weiß nicht, das letzte Wort. Könnte man sagen über den Film. Ja, welchen, welchen, welchen? Da steht ja nur noch ein Film auf der Liste bei dir. Getuked, genau. Aha. Ach, Getuked. Ja. Ja, ist ja quasi das. Du verwirrst mich, du Lumpf. Ist ja quasi das 2001 von irgendeinem anderen Typen. Den hab ich mir letztens angeguckt, der hat sich bei mir irgendwie aufgedrängt bei Amazon Prime. Ich hatte auch schon mal gelesen, dass der wohl ziemlich gut sein soll. Und als ich dann mal so ganz kurz drüber gelesen habe, von was der handelt, und zwar von irgendwie vier Jugendlichen, die in den schottischen Highlands einen Orientierungsmarsch machen und dann auf einmal von Menschen gejagt werden und das auch irgendwie hallucinogene Drogen aus Hasenkötteln eine Rolle spielen, dachte ich, den musst du gucken. Und ich habe es echt nicht bereut. Der Film ist richtig gut. Die vier Charaktere, also es sind vier Schüler, der eine ist der totale Streber, der macht diesen Orientierungslauf, weil er halt der super Streber ist und das ganz toll findet und hofft, dass er so wenigstens vielleicht mal einen einzigen Freund finden kann. Die anderen drei sind eher so aus der schwer erziehbaren Ecke, sind welche, die auch sonst immer so zusammen auf der Straße rumlungern, Drogen konsumieren. Ja, und die treffen halt aufeinander, dieser Streber und die drei und die müssen sich dann irgendwie zusammenraufen, weil sie merken, dass sie von Menschen verfolgt werden, die mit Waffen auf sie schießen. Es beginnt eine wilde und wirklich sehr skurrile, abstruse Hatz durch die schottischen Highlands, bei der ich mehrfach laut auflachen musste, weil es einfach nur zu geil war. Also sie langen im, ja? Ich bin immer so skeptisch bei Filmen, die irgendwie was mit, ja, also so Hallizyno-Gen und wir kiffen und wir hauen uns irgendwie Drogen rein und sowas. Das schlägt häufig um mit irgendwie so einen ganz peinlichen Pupshumor. Nein, 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 nein. In diesem Falle eigentlich nicht. Also die Drogen kommen auch eigentlich auch nur ganz kurz vor. Also es ist jetzt kein Film, wo es jetzt darum geht, wer kotzt wem am meisten die Hucke zu, sondern wirklich im Mittelpunkt steht halt diese Hatz, die vier Jungs müssen sich verstecken vor den Typen, müssen versuchen, aus irgendwelchen Mitteln, die sie so haben, was weiß ich, einen Campingkocher oder so, sich selber Waffen zu basteln. Das steht so im Mittelpunkt und dann natürlich irgendwann spielen auch Hasenköttel so eine kleine gewisse Rolle, aber die ist jetzt wirklich nicht so, dass man sagt, der Film ist nur Pipi-Kacka-Humor. Also er ist sicherlich nicht anspruchsvoll, das muss man sagen. Das ist eher so einer, oh, wie hieß denn dieser früher mit diesen zwei Hillbillies? Hillbillies. Bill & Ted. Nee, nicht Bill & Ted, wo so eine Clique von Jugendlichen auf zwei Hillbillies trifft und die beiden meinen es eigentlich nur gut, aber irgendwie landen die anderen Jugendlichen dann irgendwie doch alle im Häcksler. Wie hieß der denn? Ich weiß es nicht. Taka-Taka-Dale vs. Evil? Ja, genau. Doch, ja, genau. Der war es, genau. So in diese Richtung geht das so ein bisschen. Also ein bisschen witziger Humor, vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen Splatter, aber nicht wirklich viel Splatter. Ja, und sehr abstruse Charaktere. Also ich habe diese vier allesamt sehr zu lieben gelernt. Hm. 87 Minuten bei Amazon zu sehen. Genau. Kleiner, schneller Spaß ist bei Prime mit drin. Also wer mal nichts vorhat und auf solche Art Film jetzt steht und nicht unbedingt nur die neueste Jane Austen-Verfilmung gucken will, der sollte da vielleicht tatsächlich mal einen Blick riskieren. Werde ich tun. Das hört sich irgendwie nach einem unterhaltsamen Nachmittag an. Ja, allerdings. So, jetzt geben wir den Staffel. Ich mache keine Überleitung mehr. Mach mal selber, Micha. Sieh mal zu. Einfach knallhart. Ja, nee, nee. Mach, mach, mach. Tu mal. Ja, ähm, habt ihr The Last Word geguckt? Jetzt dachte ich, jetzt kommt irgendwas, aber jetzt kommst du mit das letzte Wort um die Ecke. Aber gut, ja, natürlich. Den habe ich gesehen. Das letzte Wort. Das letzte Wort. Danke. Ja, wobei das letzte Wort müsste man ja eigentlich zum Schluss machen. Ja, ja, ja. Das letzte Wort, ja. Oh, 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 oh. Jetzt sind wir schon mittendrin. Jetzt sind wir schon mittendrin. Ja. Nee, Anke Engelke. Ja? Hier, boom. Habe ich gesehen. Ja, neue Serie bei Netflix, ne? Ich auch. So alt ist es ja gar nicht, um ehrlich zu sein. Äh, so neu ist sie ja gar nicht. Die ist schon drei Wochen alt. Oh, Mensch. Schon drei Wochen, wirklich. Echt schnitt von gestern, ja. Also wirklich, ey. Wirklich. Come on, Phil. Ja, wir sind eine der Letzten. Da geht schon die Farbe raus. Ja. Hat schon leicht einen Gelbstich. Ja. Du siehst, du siehst das Flimmern des Stellar-Leut-Streifens, ja. Ja. Ja, äh, ja, du hast ja gerade gesagt, neue Serie mit Anke Engelke, ähm, handelt von, äh, einer Frau, die ihren, die ihren Ehemann verliert. Der hat plötzlich irgendwie einen Herzinfarkt oder irgendwie sowas. Stirbt halt und, ähm, weil sie dann so ein bisschen in finanzieller Not auch ist und so überlegt sie sich, sie könnte das ja irgendwie mit den Trauerreden mal professionell machen. Äh, vor allem, weil sie ja so unzufrieden war auch damit, wie das so mit der Trauerrede da bei ihrem Ehemann und so gelaufen ist. Ähm, ja, und das ist so eine, wie soll man sagen, so eine Dramedy, ne? Ähm, weil die ist ja, die geht ja schon ein bisschen ans Eingemachte, die Serie, aber ist halt irgendwie auch so lustig, aber auf so eine herzerwärmende Art und Weise. Also, was ich schön fand, war, dass die Serie nicht so klamauk ist und Anke Engelke irgendwie immer noch Rikis Popsofa macht, sondern, sondern, dass es wirklich so, ja, nicht so ein alberner Humor ist irgendwie, sondern schon sowas, also, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, so Humor für Erwachsene. Also, es hatte mal so ein paar kleine, es hatte mal so ein paar kleine Lacherchen drin, aber der ernste Anteil, fand ich, hat schon überwogen und das hat der Serie echt sehr gut getan. Ja. Ja. Also, äh, der, der, die Serie, zumindest meiner Bubble, wird ja auch gerne irgendwie so, aufgrund des Themas mit dem Tatortreiniger so verglichen. Ähm, ansatzweise, äh, passt das in bestimmten Bereichen schon, nämlich, dass, ähm, in jeder Episode irgendwer, äh, stirbt und, Ja, der Tod der Woche. Genau, so nach dem Motto. Genau, ja. Dann, ähm, dann spätestens, wenn Anke Engelke irgendwie, äh, als Trauerrednerin selber auftritt, dann tatsächlich, es auch fremde Tode sind, in der ersten Episode, das ist relativ klar, du sagtest gerade schon, ihr Mann stirbt, ähm, aber das ist ähnlich wie beim, ähm, 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 Tatortreiniger. Also, da, da trifft es wirklich, da trifft es wirklich richtig zu, der macht es wirklich nicht lange. 10 Minuten in der Serie. Ja, aber, aber es ist alles irgendwie so, so, also ich fand das auch sehr, äh, ja, menschlich und an vielen Stellen musste ich auch wirklich, da ging mir das Herz auf, ja, also, ähm, der, der, um es jetzt sehr, oder sehr, sehr abstrakt zu erzählen, der Umgang von ihr, äh, bei dieser einen Trauerfeier, wo im Hintergrund dann auch noch so eine Ruhestörung durch eine Musikkapelle oder sowas war, wie, wie sie das dann auflöst, wie das generell aufgelöst wird, das ist für mich so mindblowing gewesen und so schön und das war für mich so ein durchbrechender Moment, dass, dass sich eigentlich für mich diese gesamte Serie auf einmal komplett eröffnet hat und da war ich dann, äh, richtig drin. Das war so ein Ding, wo ich dachte, okay, das ist nicht nur einfach nur mal so ein bisschen, ähm, ähm, ja, sie macht da einen auf Trauerrednerin und sie versucht dann in irgendeiner Form, ähm, dann vielleicht auch selber irgendwie es besser zu machen, als sie es erlebt hat, mit, mit, ähm, Trauerredner, dass, da, da war irgendwie dann für mich dann der, 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 der Schalter umgeschaltet, dass ich so mehr, dass ich sagte, okay, die geht auch irgendwie kreativ mit ihrem Job um und die geht auch, ähm, halt mit, mit innovativen Ideen da heran. Vorher dachte ich, ich würde das so ein Standard-Ding, ja, Anke Engelke, vielleicht mal hier und da so ein leichtes Augenzwinkern, aber da habe ich gemerkt, okay, jetzt, jetzt explodiert da etwas im positivsten Sinne. Wow. Und, ja. Ja, und ich fand auch, ich fand auch eigentlich ganz cool, ähm, also es geht, also es ist jetzt auch nicht so, nicht wirklich Spoiler, aber die Serie, ähm, macht ja so, wie soll ich sagen, äh, fährt ja so ein bisschen unter diese Prämisse von wegen, hey, den Tod nicht so ernst nehmen und überhaupt und so und man hat dann so kurz das Gefühl irgendwie von wegen, das läuft jetzt in so eine Richtung von wegen, so, ja, ja, ach, der Tod ist ja nicht so schlimm, aber dann kriegst du ja den Bogen irgendwie doch noch und man merkt ja, nee, das ist halt, man muss sich halt einfach auch echt mal Zeit nehmen zum Trauern, das ist auch okay zu trauern, ne, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, so, ach, komm, ne, Leben geht weiter und so und der Tod ist doch eigentlich, das gehört zum Leben dazu und so, ne, alles so, 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 so Schönrederei und Schönwäscherei so, so ist es ja nicht, macht das dann ja irgendwie dann doch klar von wegen, so, ja, nee, pass auf, das ist okay, wenn für dich da jetzt gerade eine Welt zu Ende geht, wenn irgendwie, ne, deine Liebsten sterben oder irgendwie so, ja. Also das, ja, also sehr facettenreich auch wirklich und ich fand, finde ich auch sehr schön, dass eben dieses, diese, ja, diese ganzen Probleme, die eben mit dem Tod einhergehen, dort auch an vielen Stellen thematisiert werden, sei es, dass du jetzt in dieser Serie siehst, wie Anke Engeke in ihrer Rolle eben auch, also so, so, hier so eine Beerdigung plant für Menschen, die im Grunde dann wissen, dass sie irgendwann sterben werden, das, das ist ja auch eine ziemliche awkward Situation und irgendwie gehen Menschen damit ja auch ganz verschieden um, das ist so ein Thema, aber natürlich dann auch, ja, da ist ein Familienvater irgendwie gestorben, auch das ist irgendwie ein einschneidendes Element und so etwas und diese ganze, dieses gesamte Spektrum von ich plane meinen Tod, obwohl ich noch lebe, bis hin zu, ja, da ist jetzt ein Mensch sehr unerwartet gestorben, was, was bedeutet das dann eigentlich für das Umfeld, fängt die Serie wirklich sehr schön ein, ohne, und das ist genau das, was ich ja so geil finde, eben zu sehr auf die Tränendrüse zu drücken, wir sagen jetzt überall, ja, Tod ist nicht immer lustig und so etwas, aber er hat ja auch eine leichte Beschwingtheit und das, da die, das Gleichgewicht zu halten, dass das weder ins, ins, ins Unethische kippt, weil man sich zu sehr über den Tod lustig macht oder eben ins, schon fast, ja, schwarze Loch der, der Trauer reinzufallen, dass der das nicht schafft, dann genau die Waage hält und da entlang balanciert, bei so einem schwierigen Thema, großartig, ganz, ganz tolle Serie. Ja, und ich, äh, muss auch sagen, ich fand die, ich fand die auch gut besetzt, so in den Nebenrollen, also zum einen hat mir Anke Engelke auch echt gut gefallen in der Serie, weil die einfach auch das echt gut macht, so, also die trifft ja auch den richtigen Ton und ich kaufe ihr diese Rolle auch komplett ab und so, also es ist auch, Anke Engelke ist für mich da auch so ein bisschen verschwunden, so in dieser Rolle, was eigentlich echt ein gutes, gutes Zeichen ist, ähm, ähm, aber ich fand, wie gesagt, die Nebenrollen waren alle echt gut besetzt, der Typ aus der Trivago-Werbung und, und hier auch Richard Sammel und so, der da diesen, diesen, was ist das, ich glaube so, Lungenkrebskranken, Schwulen irgendwie spielt, Ach der, ja, der, der die Bestattungsvorsorge macht, ganz genau, wo man weiß, der stirbt bald, aber, ja, der schon alles vorbereitet. Und, ja, und dann gab es ja, gab es ja noch, noch einige mehrere, die fand ich alle, fand ich alle echt, echt gut, also auch, und auch ihre, ihre Tochter und auch den, den Sohn von dem Bestatter und so, das waren alles echt gute, ausgereifte Charaktere, also ich habe jedem dieser Charaktere irgendwie geglaubt, also es war nicht so von wegen, ach, das ist jetzt der Typ und das ist der Typ, sondern das waren einfach alles eigene Charaktere mit einer eigenen Geschichte, mit einer eigenen, Anschauung auf die Welt und so, mit Konflikt auch und Widerspruch, also, das war echt, ich fand, echt gut ausgearbeitet. Ja, ich bin, allerdings, ich bin etwas, also, das ist, wow, ich habe gerade mal drauf geklickt, das Produktionsunternehmen ist ja Pantaleon Films und die haben, also, das ist ja hier von Matthias Schweighöfer gegründet und womit die sich so ausgezeichnet haben, am Anfang insbesondere, sind ja eher so, ja, der Nanny, gut, diese ganze Selbstproduktion von Matthias Schweighöfer, der Nanny, what a man, aber auch irgendwie so, äh, ja, Vaterfreuden, Highway to Hellas, also, und da haben die irgendwie es geschafft, in den letzten Jahren, da irgendwo dann auch einen, einen Schwung rein zu bekommen, ähm, die haben doch viel Machtglas gemacht, auch da hat Matthias Schweighöfer, glaube ich, mitgespielt, genau, ähm, der dann zumindest so ein bisschen ernster wurde, interessant, wie das, wie sich das so entwickeln kann, von so einem, dann doch komisch und sehr seichter Unterhaltung hin zu dann tatsächlich so einem ernsten Thema und das mit so viel, ja, wie gesagt, äh, Möglichkeit zu scheitern und es ist eben nicht eingetreten, Respekt, Headtipp, wie man so neumodern sagt. Bei uns war es natürlich nochmal ganz besonders, ganz besonders spannend, weil ich ja auch mit einer Trauerrednerin zusammen bin, das war ja quasi dann ihr Thema. Und was sagt die Expertin? Naja, gibt natürlich nicht so wirklich viele Überschneidungen, ne, weil, ich sag mal, so häufig hat sie das jetzt noch nicht gemacht und, äh, eigentlich ist es nicht so, dass du dann wirklich auch die Leute dann so, äh, fünf, sechs, sieben Mal triffst und immer weiter betreust, sondern du triffst dich einmal, äh, besprichst dann vielleicht danach dann nochmal kurz so die Zeremonie und das war's dann. Ne, also sie macht ja eher auch so ein bisschen, äh, seelenklemmtner und, ne, ist für die Leute dann auch noch da. Also Anke Engelke. Das machst du als, genau, richtig, das machst du als Trauerredner eigentlich nicht, sondern da bist du ja dafür da, dir anzuhören, was ist das für eine Person, was soll über den gesagt werden, wie soll die Zeremonie ablaufen. Nimmst du, nimmst du, suchst ein Gedicht raus, genau. Textbaustein. Bernhard, genau, alles klar, Bernhard. Dein großes Hobby war Modelleisenbahn, ah, nee, Modelleisenbahn, löschen, löschen. Dein großes Hobby war Angeln, genau, wie man es kennt. Aber jetzt macht sie ja auch Dings, ne, äh, diesen, äh, Hochzeits, ähm, Room. genau. Ja, Laden, Finde ich ja ganz witzig dann, die beiden Sachen einfach direkt zusammenlegen. Ja, ne, Liebe, Leben und Tod, ne? Genau, einfach so, ja, wir sind heute hier zusammengekommen, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Oh, das ist aber böse hier. Wir wollen noch was schönes Feiern. Ja. Freie Regnerin halten, sehr flexibel. Ja, ja, sehr gut. Ja, nee, Mensch, also. Ja, also Empfehlung, ne, alle, alle Daumen hoch, ja. Ja, also Michi Empfehlung, aber auch die Fernsehserie, das letzte Wort Empfehlung, läuft bei Netflix seit einem Monat. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, holt es nach, sechs Episoden, a, ungefähr 45 Minuten, ist dann auch, äh, erst einmal eine in sich abgeschlossene Staffel. Ähm, so, ja, genau. Wirklich. Ich fand ein, ich hab ein neues Lieblingszitat, ähm, aufgrund dieser Serie jetzt, ähm, dass ich versuche, so häufig wie möglich in meinen Alltag einzubauen, äh, nämlich, äh, ganz am Anfang, wo der Vater noch lebt und der Sohn, ähm, da mit ihm diskutiert, weil er irgendwo an den See fahren will mit irgendwelchen Freunden und der Vater das nicht will, weil Drogen bestimmt im Spiel sind und so. Und dann der Sohn so sagt, du bist der verschissenste Scheißvater der scheißverschissenen Scheißwelt. Ja. Das ist so gut. Wer das einfach raushaut und ihm so hinklatscht. Und das sagst du jetzt bei den Jungs bei Starbucks, oder was? Ja. Bei welchen Situationen bringst du dieses Zitat jetzt immer an? Ja, immer, 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 wenn's geht, immer, wenn's gerechtfertigt ist, das sag ich mal. Verschissenste verfickte Taxifahrer auf dieser verfickten, verschissenen Welt. Genau. Da ist hier Trinkgeld. Schön. Ja, ja, genau. Einfach so, mein Kaffee bei Starbucks, da ist kein Schaum drauf. Sie sind der scheißverschissenste Barista der scheißverschissenen Scheißwelt. Ja, genau. Ja, nee, gute, gute Serie. Kommen wir zu, äh, zu weiteren, kulturell wertvollen, äh, Filmen, Micha. Ja, ich hab, äh, äh, wo fang ich an? Pass auf, ich sprinkel nochmal so zwei Sachen hier rein. Eine Sache, da will ich mich... Oh, Bilder im Kopf, ey. Sprinkel mal was rein. Mann, ey, Phil, was ist mit dir, was ist mit dir? Äh, was ist mit euch überhaupt? Das ist ja überhaupt die Frage. Übrigens, was ich ganz kurz noch sagen wollte, weil Andi ja gerade, äh, was war denn das? Ähm, du hast gerade irgendwas gesagt, und das hat mich gerade noch auf ein, auf ein Thema gebracht. Äh, das Jugendwort des Jahres ist ja gekürt worden, ne? Ja! Letztendlich, nachdem wir ja lange darüber geredet hatten, äh, und, und, äh, als Boomer zu erkennen gegeben haben, äh, dass wir ja gar nicht wissen, was Sache ist. Auf jeden Fall, das Jugendwort des Jahres, und ich möchte mit die Top 3 kurz nennen, warte, here we go, äh, ist, also, ach, scheiße, jetzt ist das Handy runtergefallen. Ähm, lost ist das Jugendwort des Jahres, dann dicht gefolgt auf, ein Wort, das wir auch häufig benutzen in diesem Podcast, cringe, und das dritte ist wild. Und da denke ich mir so, okay, entschuldige mal bitte, langenscheid, wo sind das denn deutsche Worte? Also, ich meine, ist ja cool, dass, dass Jugendliche Englisch lernen, in der Schule, aber es sind einfach drei englische Worte. Ja, lit war natürlich anders, da hast du recht. Ja, nee, lit war jetzt auch nicht, ne? Aber ich denke mir so, okay, das ist jetzt irgendwie so, also jetzt auf einmal so, ja, nee, das ist jetzt das Jugendwort, äh, ja, ja, Englische, also Jugendliche benutzen englische Worte, ja. Also irgendwie finde ich das, finde ich das total lame. Ach, naja, ich finde das lit. Ja, nee, lame oder lit, lasst es uns wissen. Wir machen eine, wir machen eine Instagram Story. Wir machen eine Insta Story draus, genau. ja, naja, auf jeden Fall, ja, wollte ich das nur kurz mal einwerfen, fand ich, fand ich irgendwie, fand ich irgendwie Mist, so lost, cringe, naja. Ey, voll lost, ey. Ja, wirklich, naja. Ja, dann dreh mal den, dann dreh mal den Swag auf und erzähl uns mal was von deinen fly'en Filmen, du Ehrenmann. Ja, die sind richtig fly, ähm, beziehungsweise, der eine Film ist sogar ziemlich fisch, ähm, und zwar habe ich mir angeguckt, auch auf Netflix, eine Dokumentation, kann man eigentlich sagen, ähm, My Octopus Teacher oder, äh, die Krake mein Lehrer, glaube ich, so heißt der auf, auf Deutsch, ähm, von so einem Typen, der in, glaube ich, Südafrika oder so lebt, am, am, am Wasser sozusagen, direkt am Meer, und dann dort immer schwimmen geht und so und, ähm, dann irgendwann da so eine Krake entdeckt und dann beschließt einfach jeden Tag ein Jahr lang zu dieser Krake zu gehen und diese Krake zu beobachten unter Wasser und schließt sozusagen so eine Art Freundschaft mit dieser Krake und, ja, lernt sich so ein bisschen selber kennen. Also, ich musste mir vor kurzem auch mal so vorwerfen lassen, Film, warum guckst du dir solche, also wie kommst du dazu, solche Filme dir anzugucken? So, wie, also, warum, warum, was, was, ist daran so, was, was, ist daran so interessant? Wobei, zugegeben, meine Social Media Bubble hat mir auch irgendwas erzählt von, oh mein Gott, das ist ein Film, da verliebt sich ein Mann in einen Oktopus, wie weird. Ja, es ist quasi reverse shape of water. Also, ich sag mal so, ich dachte mir auch zwischendurch, ich sage, nein, Phil, nein, nein, okay, sorry. Ja, nein, nein, nicht, ja, und vor allem, also, nein, aber ich dachte mir teilweise in dem Film auch, okay, Bro, ich weiß nicht, ob das hier alles so cool ist, weil ich mir schon teilweise, also ich dachte mir teilweise, es hatte leicht so eine, so einen sexuellen Hauch, teilweise, also hin und wieder, wo man so dachte, also, ich war, also irgendwie fand ich es ein bisschen cringe, ein bisschen, witzig fand ich aber auch, dass am Anfang noch seine Frau irgendwie hin und wieder durchs Bild gehuscht ist und zum Ende der Doku sie gar nicht mehr aufgetaucht ist und ich mir so dachte, hat sie dich verlassen, wegen der Kranke, so, entweder ich oder sie, also irgendwie war das alles so ein bisschen, pack die Koffer, genau, so ein bisschen, so ein bisschen komisch, muss ich sagen, aber nichtsdestotrotz, fand ich es dann doch irgendwie einen schönen Film, also, ja, der Typ nimmt das ein bisschen zu, also, ein bisschen zu ernst und steigert, also, genau, ich glaube, das ist einfach die beste Art, sozusagen, zu verpacken, er steigert sich da ein bisschen rein, in diese Beziehung mit dieser Krake, also, nur um das auch ganz, also, nur mal ganz klarzustellen, da läuft nichts Sexuelles oder so, also, er bumst die Krake nicht, oder irgendwie so, offscreen. Nee, also, auch mit Sicherheit offscreen nicht, also, die Beziehung ist da eher eine platonische, beziehungsweise eher so eine wie, keine Ahnung, vom Vater zum Kind oder irgendwie so, ne, also, also, da, da, das bleibt auf jeden Fall alles sozusagen sauber, aber, aber so emotional, wie viel der Typ, ähm, wie viel, da gehe ich gar nicht drauf ein, wie, wie der Typ sich da so ein bisschen emotional halt involviert, ist schon ein bisschen so, weil er erzählt da halt von so einem dramatischen Moment, der da irgendwie passiert, und, und kriegt dann so Tränen richtig in den Augen und fängt dann so zu heulen gewissermaßen und ich denke mir so, okay, Dude, im Moment, als ihr diese Doku gedreht habt, da war das doch bestimmt schon ein halbes Jahr her, also, und vor allem, du weißt doch, wie, also, ich hab mich so ein bisschen gefragt, wie ist eigentlich diese Timeline in dieser Doku, also, wann wurde die jetzt gedreht, wurde die gedreht während dieses Jahres, muss sie ja ein bisschen, weil diese Aufnahmen in dieser Doku sind wirklich, also, von dieser Krake und, äh, die Dinge, von denen er redet, von wegen, dann ist das passiert und dann ist jenes passiert, also, da gibt's zu allem sozusagen Bildmaterial, ähm, was wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht hat er es irgendwie gedreht und dann nach Dreivierteljahr festgestellt, oh, lass uns da mal so eine Doku draus machen und dann sich halt hingesetzt und erzählt und dann sozusagen das dazwischen geschnitten, aber da hab ich mich halt immer so ein bisschen dabei erwischt, wie ich mich frage, okay, wie lang ist das jetzt eigentlich her, das, was du jetzt gerade erzählst, weil es kann nicht gestern gewesen sein, weil diese Doku ist ja irgendwie, hat ja irgendwie einen narrativen, Bogen und es ja irgendwie erzählt und so, also, das fand ich so ein bisschen seltsam, ähm, trotzdem fand ich es eigentlich einen sehr schönen Film, weil eben das große Thema, das über allem steht, so ein bisschen ist einfach so, die Reise des Menschen einfach ein bisschen zurück zur Natur und zu sich selbst und einfach auch ein bisschen mehr im Einklang zu sein und ein bisschen mehr einfach auch aufmerksam zu sein oder achtsam zu sein, was eigentlich so in seiner direkten Umwelt passiert und so ein bisschen so, ja, so ein bisschen esoterisch eigentlich, so die Signale, die einem irgendwie die Natur so mitgibt, einfach auch besser zu verstehen und sich selbst dadurch besser kennenzulernen und verstehen zu lernen. Eigentlich ganz schön. Spektakulär finde ich teilweise die Aufnahmen. Also die Aufnahmen, die er gemacht hat, unter Wasser, von dieser Krake und von anderen Lebewesen auch, sind wirklich hammermäßig. Also wirklich, also wo ich mich wirklich auch dabei gefragt habe, teilweise, okay, wie, wie hast du das hingekriegt, dass diese Krake jetzt genau das quasi genau vor der Kamera macht und, und das ist auch immer schön sozusagen mit der Narrative eingebunden und so, also schon Respekt dafür, ja, mit wie wenig Aufwand, nehme ich mal an und wie wenige Leute eigentlich an dieser Doku beteiligt waren, was für eine schöne, runde Doku mit wirklich echt großartigen Aufnahmen dabei entstanden ist. Also kann man, kann man durchaus angucken. Micha, also manchmal machst du mir Angst, aber, also, ja. Nee, 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 vielleicht ist das so ein Ding, was, das musste, das musste gesehen haben sozusagen, ja, so im Sinne von, ähm, also, als Außenstehender, wenn ich das so höre, klingt das ziemlich weird und cringe, ja, nicht so lit und fly. Wild, wild. Ja, wild ziemlich, ja, aber, aber tatsächlich so in der Erzählung, wie du das da hattest, fühlte ich mich dann doch schon so ein bisschen lost, ähm, aber vielleicht ist es tatsächlich etwas, was einfach so ist. Ja, wo du einfach sagen musst, YOLO, ähm, das schaue ich mir jetzt mal an. Ja, tu es mal auf deinen Pile of Shame. Ja. Ja, also ich, ja, also ich fand es, ich fand es nicht übel. Ich habe dem, keine Ahnung, wie viele Sterne habe ich dem gegeben, dreieinhalb oder irgendwie sowas. Ja, okay. Lass mal, warte, schau mal, lass mich, lass mich gucken. Lass mich, lass mich gucken. Das geht. Lass mich gucken, Fynn. Äh, warte, sind hier sortiert, Aktivität, schau mal. B-B-B-Oktopus, Teacher, hier, ja, dreieinhalb. Da, siehst du. Also sieben von zehn, ja, genau. Kann man machen. Keine perfekte Doku, beileibe nicht. Und eigentlich würde ich es auch, ja doch, würde ich es schon als Doku bezeichnen, auf jeden Fall. Aber es ist sehr, durch so ein sehr subjektives Prisma einfach, lässt der Typ ein bisschen teilhaben an, ja, an, an dieser Beziehung zu dieser Krake. Ja. Okay. I'll give it a try, sozusagen. Okay, okay. Und dann, ja, und dann habe ich noch, aber da muss ich gar nicht viel zu erzählen. Ich habe zum ersten Mal auch Labyrinth geschaut. Ein Jim Henson Film. Oh, yes. Ja, genau. Boah, mit Hoggel. Den wollte ich auch vor kurzem sehen, aber ich habe den nirgendwo vernünftig in einem bezahlbaren Streaming gefunden. Bei Amazon gab es den irgendwie für 14 Euro in Ultra 4K HD. man kann den auch leihen. Und dann habe ich gesagt, nee, das machst du nicht. Ja, man kann den auch leihen irgendwo. Ja, gut, okay. Aber du hattest die, ja gut, supi. Dann erzähl mal, ist, würde es sich lohnen, 14 Euro für Ultra HD auszugeben? Ja, ich meine, du hast ja nicht mal eine Ultra HD Glotze. Nö, habe ich noch nicht mal. Ja, eben, also nein. 143 Röhrenfernseher. Ja, genau. Ja, also erst mal kurz zum Kontext, das ist halt ein Jim Henson Film mit ganz vielen verschiedenen sozusagen Puppencharakteren und so mit David Bowie als der dunkle, wie heißt er denn, Prinz, Fürst irgendwie der Schattenwelt, wie auch immer. Ich habe nicht, ja, ich habe, also don't ask me, einfach don't ask me. Und, und Jennifer Connelly spielt auch mit, ganz jung, sozusagen noch, noch minderjährig auch in dem Film. Und, ähm, diese Story ist eigentlich total Banane. Also, sie muss halt irgendwie auf, auf ihren, ihren kleinen Bruder oder Stiefbruder aufpassen, ist halt ein Säugling. und sie so, äh, kein Bock, ich bin ein bockiger Teenager. Ähm, und wünscht sich irgendwie, dass der Goblin, Prinz, König, wie auch immer, da den holt. Und dann steht da der Goblin-König und sagt, pass auf, ich nehme jetzt hier das Baby mit ins Labyrinth, muss ich den schon selber holen. So, das ist die Story. Und dann wird sie in diese Fantasiefeld, sozusagen, eingeführt, wo sie natürlich als Persönlichkeit ganz massiv reift, ja, weil sie eben nicht mehr die egoistische, eingebildete, privilegierte Göre ist, sondern lernt, Verantwortung zu übernehmen. So, das ist so der, der Aufhänger, ja. Ähm, aber, äh, durchaus unterhaltsam tatsächlich und wieder einmal sehr beeindruckend, was eben, äh, die Machart angeht und sozusagen die technische Seite. Also zum einen natürlich die Jim Henson-Charaktere, die da alle vorkommen, alle wahnsinnig detailverliebt und witzig und originell und gut gemacht. Äh, aber insbesondere für mich auch die Set-Designs. Also, da waren wirklich so Sets, wo ich mir so dachte, huiuiui, also für einen Film von, keine Ahnung, von, wann ist der, 86 oder so? Oder, oder früher noch? Ja, 86 war eigentlich. Ja, da dachte ich mir so, holler die Waldfee, das ist schon, das ist schon hier, also das sieht man im Kino heutzutage auch kaum besser, wenn überhaupt. Das ist also schon, schon nicht schlecht. Aber unterm Strich, ja, halt ein schöner, unzynischer Kinderfilm, das finde ich so schön. So Filme wie diesen sieht man irgendwie so selten. Irgendwie ist in Filmen heutzutage, aber gut, ich gucke jetzt auch nicht wahnsinnig viele Kinderfilme, deswegen bin ich ja wahrscheinlich auch nicht mega qualifiziert, da jetzt eine Meinung darüber zu haben. Aber, ähm, so, so, so einfach frei von Zynismus, sondern einfach so, hey, pass auf, das ist ein sauberer, total freundlicher, positiver Familienfilm. Fertig. Also gar nicht jetzt mit irgendwie, hm, doppelter Boden und, äh, und hier noch irgendwie Message und so, ja, und das muss jetzt irgendwie alles, keine Ahnung, in die Zeit passen, sondern, nee, ist einfach, einfach saubere, freundliche, unzynische Unterhaltung für die ganz Familie, insbesondere Kinder. Papa kann da noch einen Schwank aus seiner Jugend zu erzählen. Echt? Ja, ja. War da ein erster Kilofilm, oder was? Ja, besser, 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 richtig nerd, das mal tatsächlich. Oh, ihr kennt ja alle sicher, The Secret of Monkey Island. Sicher? Point and Click Adventure von 1990 von Lucasfilm Games. Dessen Vorgänger war das Point and Click Adventure Loom, dessen Vorgänger war das Point and Click Adventure Indiana Jones and the Last Crusade, dessen Vorgänger war Zack McCracken. Was heißt ein Vorgänger? Vorgänger. Naja, das Point and Click Adventure von Lucasfilm Games, das vor The Secret of Monkey Island entschuldigt. Ach so, aber die hängen nicht zusammen. Nee, nee. Aber das sind so, die, die waren ja damals so Ende der 80er, Anfang der 90er, so diese Point and Click, das war damals der heißeste Scheiß. Deswegen Secret of Monkey Island ist ja heute immer noch so ein anerkannter Klassiker, obwohl ja jetzt schon 30 Jahre alt. Und der absolute Vorgänger und das erste Point and Click Adventure damals war das Spiel Labyrinth. Das hatte ich damals, 1986, auf Diskette. Nee. Und das hat damals auch schon einen sehr, sehr coolen Twist genutzt und zwar fing das Ganze als Text Adventure an. Also du hast wirklich dann nur die Text gesehen und musstest dann so, naja, du bist in einem Raum, lalala, musstest dann eingeben, Open Door und so weiter und so fort. Und irgendwann bist du dann so weit gekommen, bist du im Labyrinth und auf einmal hast du da Grafik. Geil. Boah. Und dann ging es weiter mit Point and Click. Wie hier bei Wizard of Oz, glaube ich, wo dann, ist das mit Doris? Genau. Wo dann Doris hier war, der erste Schwarz-Weiß und dann in Farbe. Genau. Und dann in Farbe auf einmal war der erste Farbfilm. So ähnlich ist der Effekt hier auch gewesen. War so eins der ersten Spiele auch, das beim C64 mit Maus zu steuern war. Damals, ne? Ja. 1986. Ja, wirklich. Schockierend. Schockierend, dass sowas als Entertainment durchgeht. So lesen und tippen. Das mache ich hauptberuflich heute. So E-Mails schreiben, lesen. Jetzt könnte ich für den guten alten Spruch bemühen, wir hatten ja nichts. Ja, ja, genau. Ist ja so, Mensch. Dabei fällt mir gerade ein, Andi, du kommst nicht aus dem Osten, oder? Nee. Ach so. Wieso? Alter. Nee, ich kam mir gerade so zu dem Gedanke, weil du immer so, ja, wir hatten ja nichts. Ach so, nee, aber wir hatten trotzdem nichts. So baut man also geil. Ja, ja. So streut man Gerüchte. Andi beantwortet das einfach. Genau. Ja, genau. Genau. Verstehe. Ja, genau. Also das zu Labyrinth. Ja, kann man, kann man machen. Schöner Film. Ja, absolut ein Film, den ich noch sehen möchte und auch noch sehen werde und das wahrscheinlich auch noch ziemlich bald, weil irgendwie bin ich da jetzt auch so, auch nach dieser Besprechung ziemlich hooked irgendwie, mir jetzt anzuschauen. Ich stelle mir das sehr komisch und durcheinander und weird vor, aber irgendwie auch sehr interessant. Und irgendwie habe ich auch mitbekommen, dass der ziemlich verängstigend für Kinder sein kann und sowas. Also viele Dinge, die Kinder kriegen Angst dafür, das findet der Marx interessant. Ja, nein, so schlimm ist er auch wieder nicht, aber doch eigentlich schon. David Bowie sah schon böse aus damals. Ja, ein bisschen. War ja immer eine sehr charismatische Person. Ja. Genau. Und dann auch noch so auf böse geschminkt. Also der hatte schon wirklich Charakter. Nun ja, okay. Irgendwann schnacken wir noch so. Ratchet. Na gut. Wie? Ach, hast du auch noch auf der Liste? Da gibbe ich ja nicht. Ja, Logo. Ja, klar. Na, mach mal. Ratchet. Neue Serie bei Netflix. Der große Spin ist, Ratchet ist die Vorgeschichte von der bösen Krankenschwester aus einer flog über das Guckungsnest. Wer sich an den Klassiker erinnert. Oh, okay. Da ging es ja um Jack Nicholson, der in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird und der sich dann immer wieder mit einer ganz speziellen Schwester anlegt, die sehr böswillig ist und sehr böse auch zu den Mitpatienten ist. Und diese kurze Serie mit acht Folgen erzählt quasi die Vorgeschichte, mehr oder weniger. Also ich wollte jetzt eigentlich nochmal den Film gucken, den habe ich hier auf Blu-ray rumfliegen, habe das jetzt aber nicht mehr geschafft, um zu gucken, ob es da wirklich irgendwelche Parallelen dann gibt, auf die der das hinweist. Aber letztlich geht es darum, dass Sarah Paulson, wir kennen sie alle aus American Horror Story, in diesem psychiatrischen Krankenhaus anfängt und durch Intrigen und Erpressungen und auch Gewaltanwendungen und Gewaltandrohungen sich da den Posten der Oberschwester schnappt. Ja, Sarah Paulson, wie gesagt, bekannt aus American Horror Story. Ich glaube, ist auch von dem gleichen Typen gemacht, der American Horror Story macht und hat auch einen ziemlich gleichen, genau, hat den ziemlich gleichen Look und ich muss aber sagen, diese Serie hat mich allein schon wegen der Optik sowas von begeistert. Ich war hin und weg, also da waren wirklich teilweise Kameraeinstellungen. Aber taucht die denn auch was als Serie? Also ich fand sie in sich ganz gut, also wer American Horror Story mag, das sind ja jetzt auch, jetzt weiß ich nicht, die haben ja so ihren eigenen Charme und ihre eigene Geschwindigkeit, die gehen vielleicht nicht immer so knallauf Fall und mit super tollen Wendungen und alles da da da. Aber ich fand sie dann tatsächlich auch gut. Ich hatte ein bisschen Probleme reinzukommen, aber als ich dann erst mal drin war, fand ich, dass sie die Geschichte der einzelnen Leute doch sehr schön erzählt. Also von dem Standpunkt jetzt keine Serie, wo ich sage, oh, da sind so viele Twists und so viele Spins und boah, die musst du unbedingt gucken. Aber die hat so eine schöne Stimmung. Also sie spielt Ende der 40er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sich ganz USA wieder so versuchen, so ein bisschen zu sortieren. Man sieht sehr viele von diesen schönen alten Oldtimern durch die Straßen fahren, alle chromblitzend und immer aufs oberste poliert. Also die Serie vermittelt einem natürlich ein Bild vom Ende der 40er Jahre, dass es so wahrscheinlich nicht gab, weil alles immer sehr shiny, shiny ist. Aber allein diese Farben... Überästhetisiert. Überästhetisiert, aber ich habe da in der Situation echt einen Hang zu. Viele sagen dann ja, nee, das ist mir schon wieder zu viel. Aber ich sage mir, nee, es darf auch wirklich mal eine Serie geben, die das wirklich mal bis zum Exzess treibt. Und die hier treibt es zum Exzess. Und ich finde, also da sind wirklich sehr, sehr viele Kameraszenen, wo ich dann denke, Alter, die würde ich mir sogar vollformatig ins Wohnzimmer hängen. Die sehen so schön konstruiert und ausgeleuchtet aus, dass ich denke, hui, das ist schon eine Kunst für sich. Muss man nicht mögen. Der eine mag es vielleicht kitschig finden, weil es so ein bisschen Bonbon-Optik hat, so Lollipop. Aber ich hatte Bock, mal in so eine Welt einzutauchen, die sich wirklich auch in so Farben ergeht und ergötzt und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hört sich mega interessant an für mich. Hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Kommt auf mein, auf meine Watchlist. Wie immer. Wirklich, ja. Also Ablage P, sagen wir es doch mal ehrlich. Ja, Ablage P wie Phil. Genau. Ja, das ist das Problem. Ablage P wie Pile. Ja. Ach Gott. Wenn wir schon gerade, ich hab's gerade, du hast gerade so gesagt, ja, hab ich hier noch auf Blu-Ray rumfliegen und vorhin hast du, Micha, gesagt, dass du irgendwie 2001 irgendwie sagst, sollte man sich auf Blu-Ray nochmal angucken. Irgendwie sowas war da. Phil, lass uns raten, du hast auch eine Blu-Ray geguckt jetzt. Ja, nein, ich, ich, ich würde tatsächlich ein, ein ganz ... Überleitung machen. Überleitung aus der Hölle. Nein, nein, ein kurzer, einen kurzen Werbeblock, eine kurze, ein kurzes Announcement rausgeben. Nächste Woche ... Boah, Phil hat eine Blu-Ray rausgebracht. Genau, nein. Ja, Brainstorming gibt es auf YouTube. Das ist tatsächlich wahr. Ähm, genauso wahr ist, dass am 22.10. Ähm, Zurück in die Zukunft Remastered rauskommt. Und, ähm, ich konnte mir da die Blu-Rays, die Remastered-Blu-Rays schon angucken. Ich mein, das ist nicht das erste Mal, dass, äh, Zurück in die Zukunft da rauskommt, irgendwie in einer digitalisierten Form. Sieht schon schweinegeil aus und wir werden auch eine Trilogie-Box inklusive Bonus-Disc verlosen. Also, wer da so Zurück in die Zukunft Fan ist, auf Blu-Ray, sollte man irgendwie in NetHop.de die in den nächsten Tagen mal ... Geil L. Ja, ist wirklich. Also, die Bildqualität dafür, dass das so ein 80er-Film ist und jetzt da nochmal so Remastered und sowas ist schon echt krass. Da war ich echt weggeflasht. Okay, Werbeblock Ende. Der Rest auf Nerdtalk.de Umfangreiches Bonus-Material. Krass gutes Bonus-Material. Kann ich jetzt auch schon sagen. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem ganzen Review. Ist eine Menge, vier Blu-Rays durchzugucken. Aber ist geil. Schaffst du. Ja, hör bloß auf. Ich glaube an dich. Es ist ein Full-Time-Job fast, ey. Ja, aber schon echt, das ist ein cooles Ding. Sollte man den Blick behalten, wenn man Interesse daran hat, mal in der nächsten Woche auf Nerdtalk.de vorbeischauen. So, Werbeblock Ende. Ja, willst du noch einen raushauen? Oder willst du den überhaupt noch nehmen? Ja, komm, dann hau ich noch hier einen Filmstart raus, wenn wir schon bei Blick in die Zukunft sind. In zwei Wochen, lasst mich kurz nachschlagen. Nein, doch, doch, am 5. November. Am 5. November startet Yes, God, yes in den Kinos. Ein grausamer Titel. Der im Deutschen sogar noch ein kleines... Ein bisschen besser als Gott, du kannst dein Arsch sein. Nee, ja, aber es gibt ja noch eine Tagline. Also, yes, God, yes. Böse Mädchen beichten nicht. Oh, das macht's besser. Ja, oh Gott. Wobei, da denke ich mir immer so, da hätte man das auch als Titel nehmen können, oder? Ja, ist beides Scheiße. Dann hätte man es besser gleich lassen können. Ja. Ja, also, also immer, in Anführungsstrichen, immerhin, was diesen Haupttitel Yes, God, yes rettet, ist, dass das die Langfilmversion eines Kurzfilms ist, der genauso hieß. Yes, God, yes. Und es handelt von einem irgendwie 15-jährigen Mädchen, gespielt von Natalia Dyer, die wir aus, ach Gott, ich hätte das auch hier gerade mal vorliegen, Stranger Things, glaube ich, kennen, ganz genau, Stranger Things kennen. Da hat sie die Nancy Wheeler gespielt. Und in Yes, God, yes spielt sie eine... Ach, die ist das? Ja, ja. Hm. Spielt sie eine 60... Ja, es ist echt nicht schlecht besetzt, muss ich sagen. Genau, das meinte ich, ja. Okay. Whatever. Und sie spielt eine Jugendliche, die in so einer absolut erzkatholischen Familie aufwächst und dort auch auf so ein Internat geht oder so eine Highschool, die komplett eben auf Einhaltung jeglicher Regeln aus ist und so etwas. Und ja, dann ist sie abends eigentlich in so einem Textchat unterwegs. das spielt irgendwie so Mitte der 90er und macht eigentlich nur so ein Wortspiel mit und auf einmal, ja, sextet sie wer an und sie ist total überfordert irgendwie damit, dass jetzt jemand irgendwie da mit ihr sexten möchte. Aber irgendwie findet sie es auch interessant und bereits in den ersten acht Minuten greift oder rutscht ihre Hand dann auch bei ihr schon so einen Schritt und sie entdeckt, Alter, wow, also so Sexualität und Liebe und ja, am Ende auch irgendwie Selbstbefriedigung ist etwas, das das kennt sie nicht und dann entdeckt sie gerade. Es ist also so eine Art Coming-of-Age-Film eben in diesem, ich nenne es mal Spannungsfeld einer katholischen Schule und ein großer Teil des Films spielt eben in so einem katholischen Camp, wo schon so am Anfang es heißt, ja, wir sind jetzt alle da in den nächsten vier Tagen finden wir unsere, unseren Connect zu Jesus und so etwas und Der liegt bei den meisten im Schritt, ja. Und sie verliebt sich dann in Anführungsstrichen natürlich in einen Coach da, in so einen absoluten Footballstar und verknallt sich in den und es ist wirklich ein schöner Film, weil er nicht so sich lustig macht, weder über Religion noch irgendwie über das Sexding. Ich meine, da kann man ja richtig schmierige Witze draus machen und das tut dieser Film halt nicht. Aber gibt's nur Original in diesem Podcast. Was? Hä? Schmierige Sexwitze gibt's nur Original in diesem Podcast, sage ich. Okay, ja. Die schmierigsten. Wirklich, ja, wirklich. Nee, und das ist echt ein ganz, ganz süßer Coming-of-Age-Film, nicht so überdramatisch wie manch anderer Film, aber ich habe so ganz, ganz kurz irgendwie so an Boy A gedacht, was ja auch ein Film ist, wo man so sagt, warte mal, da ging's auch irgendwie, jetzt komm ich gerade gar nicht auf den Plot davon, aber auf jeden Fall weißt du noch, Boy A hat sich irgendwie auch so total langweilig angehört und irgendwie so ein bisschen ja, unangenehm. War's Boy A? Nee, es war Boy A, wo ist mein Auto? Oh Boy. Nein, meine ich auch nicht. Oh shit, welchen Film meine ich denn nicht, Boy A? Ich gucke gerade, nee, es ist nicht der mit Andrew Garfield. Ich reiche das nach, um es mit der Bundespressekonferenz zu sagen, das reiche ich nach. Aber auch so ein Überraschungsfilm, wo man sagt, das ist nicht, man hätte das nicht gedacht, Easy A, Easy A war's. Ach. Ja, mit Emma Stone, da kommt man natürlich schon mal auf Boy A. Einfach zu haben. Genau. Wo es halt auch darum geht, dass sie ja irgendwie so als, ja, Hure der, der, der Schule gilt, weil irgendwie im Web 2.0 sich gewisse Dinge selber entwickeln und sie dann im Grunde da ja auch dann in eine gewisse Ecke gestellt wird. Man denkt so, okay, das ist auch irgendwie, ja, da geht es um irgendwie Highschool und Sex und irgendwie schlüpfrige Witze und so etwas. Und dann ist dieser Film, der im Deutschen einfach zu haben heißt, dann echt ein deeper, deeper Film. So krass, ganz offen ist, yes, Gott, yes, nicht, aber tatsächlich süß. Also kann man sich schön angucken, schöner Sonntagnachmittagfilm oder irgendwie so ein, so ein Sonntagabendfilm, Familie, so, komm, wir setzen uns alle hier hin und gucken jetzt einfach mal so einen Film. Ungefährlich, ganz süß, ganz lustig. Also ich war wirklich positiv begeistert, weil ich von deutlich mehr, schlüpfrigen Witzen ausging. Und dann habe ich gemerkt, ach Gott, ja, hey, das ist ja, das kriegst du nur in diesem Podcast. Aber der hat ja auch nur eine 6, ich sag's mal, ja, ich sag's mal mit deinen Worten, ich setz ihn bei mir auf meine Liste. Naja, der hat aber auch nur eine 6,0, ne, auf IMDb. Der ist ja noch nicht in Deutschland angelaufen. Der läuft ja auch erst in Deutschland. Ach so, ja, die Deutschen, die werden natürlich noch. Das sind die Ausländer, die haben alle keine Ahnung. Wirklich, ja, genau. Nee, die deutschen Intellektuellen, lass da mal die Intellektuellen für Etonleser aus Deutschland ran. Ja, die Aluhutträger, die dann sagen, oh, die werden das schon erkennen. Also ich hab dem Film am Ende auch nur 3 Sterne gegeben, von 5. Na siehst du. Aber für mich sind das recht starke 3 Sterne. Wie gesagt, das ist aber egal. Dafür, dass er, ganz lieb gemeinte 3 Sterne, ja. Nee, wirklich. Ja, aber hier die Bewertung liest sich ja genauso wie das, was du gerade gesagt hast. It's decent. It's not great, but it's quite an enjoyable movie and it's really short. Ja, tatsächlich. 77 Minuten. Also eine Stunde. Wenn das Gute an dem Film ist, dass er kurz ist. Das ist schon immer fällig. Wirklich. Naja, komm, also. Lieblingsbuch, die kurzen. Lieblingsfilm, die langen. Ja, so. Ach komm, mach da, immer, wenn ich da mal mit einem tollen Film um die Ecke gucke, mach dir den schlecht. Nein, ich mach den nicht schlecht. ein toller Film. Nein, guck mal, genau. Ist ein okayer Film. Das Problem ist, dass deine Meinungen immer so undifferenziert rumkommen, weil ich jetzt irgendwie hierdaraus so nicht so richtig schlau geworden bin, was, wie du den jetzt fandst und das klang für mich jetzt eher so mega positiv. Und jetzt kommst du aber mit, ja, eigentlich hab ich ihm auch nur drei von fünf gegeben. Und ich so, ja, okay. Ja. Ne, dann, also, grenz das halt ein bisschen ein, irgendwie, weil das war für mich jetzt halt nicht klar. Muss ich den jetzt gucken oder nicht? Entweder, entweder toller Film oder kann man gucken. Ja, ich erinnere dich dran, wenn du das nächste Mal über Deutschland 89 sprichst, ja, kann man gucken. Ja, kann man gucken. So, genau das Gleiche. sag ich auch nicht, dass es ein toller Film ist. Mhm. Äh, doch. Bei Andi war mir relativ klar, auf welche, auf welche Ablage das kommt bei mir. Genau. Ablage P. Genau. Hier, hier hab ich's jetzt, hier hab ich's jetzt nicht, hier hab ich's jetzt nicht ganz raushören können. Ja, also, ich, ich, ich find, ich find dieses, dieses Abhandeln im Sinne von, ist super toll oder super schlecht und müsst ihr gucken, müsst ihr nicht gucken, finde ich halt auch schwierig. Nein, 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 nein. Ich sag einfach, es ist ein ganz leichter, süßer Film, den kann man sich tatsächlich irgendwie so anschauen, der tut nicht weh, der ist nicht mega scheiße, dass er ein oder zwei Sterne bekommt, der hat aber, der hat auch ganz süße und nette Aspekte, schöne Aspekte, geht aber nicht so krass in die Tiefe, er macht keine großen Dramen auf, er ist auch nicht besonders, besonders lustig und stilvoll lustig, sondern er ist, da gniggelt sie dir sowas weg, dementsprechend hat er jetzt auch keine vier oder fünf Sterne verdient. Was ist dieses Wort, das hast du neulich schon mal benutzt? Gniggeln? Ja. Gniggeln, ja. So. Du hast ja bei Twitter neulich geschrieben, dachte ich mir auch so, was? Jugendwort des Jahres. Ja, wirklich, nächstes Jahr dann. Ja, so. Genau. Ja, dann sind wir mein Team. Gniggeln with it. Gniggeln. Ja, genau. Ja. Also, was soll ich dazu sagen? Soll ich sagen, mega geil? Nee, kann man sich angucken, ist ein süßer Film. So. Und ich empfehle ihn trotz alledem. Ich sage nicht, ja, kannst du dir mal angucken. Also, wenn du sonst nichts anderes tun hast, Ja, aber siehst du, geh nicht so sorgsam mit deinen Empfehlungen um. Also, ich würde einen Film, den ich jetzt drei Sterne glatt gegeben habe, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Doch. Also, ich schon. Ja, guck mal, drei Sterne glatt ist eine 6,0. In niemandem empfehle ich einen Film, der eine 6,0 hat. War auch wieder recht. Hat er auch wieder recht, selbstverständlich. Ja. Aber dann. Also, Empfehlungen sind vier Sterne, fünf Sterne, dreieinhalb, also alles ab sieben, ab sieben von zehn kann man empfehlen. Sechs empfiehlt man nicht. Sechs ist gerade ein bisschen besser als Mittelmaß. Naja, nein, 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 ich glaube, also, wenn man, wenn man diesen Titel liest, böse Mädchen beichten nicht, und dann so die Grundstory hört, äh, katholisches Mädchen entdeckt ihre eigene Sexualität, dann ist das so ein Ding, wo man sagt, ja, ach komm, und dann guckt man sich vielleicht auch gar den deutschen Trailer an und stellt so fest, oh, da ist ein Witz drin, äh, da, da hat ein, äh, junger Mann irgendwie eine Latte und sagt, du darfst nicht anpassen, dann aktiviert er sich. So, aus welchem Film ist das? Yes, Gott, yes. Hier Mädchen, Mädchen, oder was? Ähm, und dann denkt man, ja, aus welchem Film ist das? Dieses, das, was gerade, das kommt aus Yes, Gott, yes. Ach so. Mhm. So, und dann guckt man sich den Trailer an, gestern habe ich auch bei uns im Slack so gepostet, so von wegen, Alter, ist eigentlich ein ganz cooler Film, und Andi gleich so, ja, was guckst du dir so ein Scheiß? Hast du Scheiß geschrieben? Ja, was guckst du dir so ein Scheiß auch an? So, und dann sage ich so, nein, so ein Mist, Entschuldigung, vielleicht sollte man so ein Mist gar nicht erst gucken, ähm, und da sage ich, nein, dieser Film ist kein Mist, er ist nicht, äh, schlüpfrig, oder, oder peinlich, oder er macht sich lustig über die, äh, Katholiken, das, das gibt ja auch ein riesiges Potenzial, dass man sich über Religion und irgendwie religiösen, äh, religiöse Anhängigkeit, religiösen Fanatismus lustig machen kann, tut dieser Film nicht, er nimmt diese Themen ernst, und entwickelt da eine, eine ganz interessante Coming-of-Age-Geschichte, ohne da aber die ganzen großen Dramen aufzuziehen, und da jetzt wirklich herauszustechen, aber ich will doch nicht, äh, und gerade weil dieser Film möglichst sehr schnell abgetan wird mit, ich zitiere, vielleicht sollte man so einen Mist gar nicht erst gucken, gebe ich doch dann lieber nochmal so einen, so einen Touch mit, und sage, hey, der ist gar nicht mal so schlecht, schaut ihn euch tatsächlich an, ich kann wirklich sagen, wenn man Interesse daran hat, und das Thema einen interessiert, gebt euch einen Ruck, ich könnte euch den empfehlen, ist mir das doch deutlich lieber, als wenn ich das in so einem Mittelmaß untergehen lasse, und eben nicht diesen Touch da mitgebe. Ja, Phil, ich bin ganz auf deiner Seite. ja, sagst du hier? Nein, hier, nein, hier guck zum Beispiel Ratchet, da war mir schon klar, äh, da braucht man mich ja nicht mitkommen, hier, bunte Bilder, das ist scheiße, das ist nicht stilvoll, das ist, das ist nicht von Tom Ford, nicht meine Sache, da weiß ich gleich, das landet bei mir in Ablage P. Aber für Leute, die zum Beispiel American Horror Story gut fanden, und die diese Art der Geschichtenerzählung mögen, und auch so diesen Look and Feel, für die ist das eben doch was, ne, da kann man sagen, okay, für mich ist das jetzt nichts, aber, ne, ich weiß, es gibt viele Leute, die diesen Stil mögen, und, äh, für die ist das dann tatsächlich was. So, bumm. Was? Jetzt kommst du, was? Nee. Und boxt. Ja, nee, vor allem, wie kannst du, ja wirklich, wie kannst du mich hier wirklich, wie ratchet, äh, wie bunte Bilder. Naja, du sagst gerade, ja, Andi hier, ne, da weiß ich, wo ich das hinstecken muss, da wusste ich schon, okay, das ist nichts, was er sich auf seine Watchlist setzt. Sagen wir mal ehrlich. Ne, oder wie sollte ich das, ne, aber wie sollte ich das denn verstehen? So dieses, ne, das, was Andi erzählt, da weiß ich, auf welche Liste ich das setze. Buf. Nein, nee, 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 Nein, das sagt ja gar nicht. Ja, eben, eben, Sagen wir mal so, sondern einfach, ja, diese Serie, also hast du mir jetzt nicht so verkauft, dass ich jetzt sage, so, weil Leute, die American Horror Story gut finden, die werden diese Serie auch gut finden, habe ich die geguckt, American Horror Story, ja. Ja, aber, also ich kann Phil in dem Sinne verstehen, man kann ja sagen, ne, ein Film ist irgendwie scheiße und ein Film ist irgendwie Durchschnitt, weil er irgendwie Durchschnitt ist, aber es gibt ja auch Filme, wo ich dann sage, ich fand ihn nur durchschnittlich lustig, aber für ein anderes Publikum ist das ein Film, der wirklich Leute anspricht, also einer, der zwar Mittelmaß ist, aber ein Mittelmaß, das andere vielleicht als gut empfinden, so wie ich manche Filme, die andere mittelmäßig finden, vielleicht auch als gut empfinde. Ich möchte jetzt nicht wieder auf The Fountain kommen, aber Doch! Ich glaube, wir haben hier, ich glaube, ich glaube, wir verbringen einfach hier viel zu viel Zeit auf diesem Film. Genau. Uns über, über Details der Filmkritik zu schreiten. Jetzt möchtest du, ja, jetzt, 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 jetzt gehen dir die Argumente aus, ja, und jetzt möchtest du einfach, kommen die Tränen wieder auf. Was heißt denn Argumente? Was heißt denn Argumente? Ich nehme an dieser Diskussion gar nicht teil. Genau. Michael streikt. Wirklich? Nee, ich denke mir so, ja, okay, ist halt ein netter, süßer Film verstanden. Das ist jetzt zu blöd. Drei Sterne, alles klar. 6,0 IMDb. Ja, genau. Also, wenn ihr euch euren Sonntag versauen lassen wollt, dann schaut diesen Film. Äh, das ist, das ist unfair. Nee, wenn ihr was gucken wollt, was echt scheißegal ist und nichts an eurem Sonntag ändern wird, dann, dann ist das euer Film. Das ist auch unfair. Hm. Ach weh. Macht doch euren Podcast alleine, ey. Nein, ich hab jetzt auch keine Filme mehr zu mir erzählen. Ja, komm, Micha, erzähl du noch was, ja, high sophisticated, sophisticated, über, über Single Men oder noch, nocturnal animals oder so. Ich hab jetzt das Andi darüber erzählt, weil Andi ja offensichtlich ganz genau Bescheid weiß, wie ich, wie ich dazu stehe. Ja, Single Men. Ja. Toller Film. Mhm. Ne, also wirklich, hat eine einzigartige Ästhetik. Muss ich sagen, Micha, da wirst du mir sicher zustimmen. Mhm. Das sag ich an dieser Stelle ganz bewusst, also, ganz besondere Ästhetik. Ja. Micha? Ja, komm, ich bin schon noch da, ja. Ja. Du, ich unterbrech dich doch nicht, wenn du so, so eloquent dich hier positionierst. Ja, ja, wirklich, ja. Ja, Wahnsinn, Phil, Andi. Gut erkannt. Ich kenn dich halt, inside out. Kennst du mich wirklich richtig gut, ja. Ja, gut, ich runde hier nochmal das ab, damit wir nochmal kurz hier Niveau reinkriegen. Ich hab, wie anfangs angekündigt, halt mir diese zwei Tom Ford Filme angeguckt. Das Besondere an Tom Ford ist, Tom Ford ist Modedesigner und eigentlich sozusagen von Haus aus jetzt erstmal kein Regisseur. Also das heißt, Single Man war jetzt sein erster, sein erster Film, sein Regiedebüt, ist eigentlich eher zu Hause bei Marsanzüge schneidern und Parfums machen. und so. So, dann kommt er halt um die Ecke mit A Single Man. Der kam raus 2015, 16 oder früher noch? Nee, früher. Noch früher, ja, vielleicht 2012 sogar schon. Warte, A Single Man. Zweiter Uf. Ja, 2009. Ja, ja, stimmt, hast recht, ja. Noch deutlich älter. Genau, und der kam raus, Colin Firth spielt die Hauptrolle und Julian Moore, deine allerliebste Julian Moore, spielt auch mit. Ja, und der Film handelt von einem Englisch-Professor in den 60ern in Los Angeles, der homosexuell ist und seinen Lebenspartner verloren hat. Also der Film beginnt sozusagen mit so einem, ja, keinem Flashback, sondern so einem Tagtraum von ihm, von diesem Unfall, wo halt sein, sein Partner, ähm, ums Leben gekommen ist und, ähm, der Film begleitet ihn gewissermaßen über einen Tag hinweg, was mir auch irgendwie beim ersten Mal gucken gar nicht so bewusst war, sondern jetzt erst bei diesem Schauen, ähm, über einen Tag hinweg, ähm, und ich, also man verrät da nicht zu viel und er hat da so ein bisschen so die, die Lust am Leben verloren, sagen wir es mal so. Der macht's nicht lange. Er macht's nicht lange. Genau. Kann man, kann man so, kann man so sagen, genau. Aufgegeben hat er auf jeden Fall. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Andi hat mir schon hier alles vorweg genommen. Das ist ein ganz fantastischer Film. Mit einer ganz tollen Ästhetik. Ja, ne, also, ähm, man muss wirklich, also ich ziehe wirklich komplett meinen, meinen Hut vor Tom Ford, weil mit so viel, äh, Reife, ach, jetzt weiß ich auch, du hast einfach auf meinen Letterboxd geschaut, du Hund. Ne, hab ich nicht. Doch, hast du wohl. Hab ich nicht. Ach, Schweinepriester. Ja, na gut. Ähm, jedenfalls. Und wenn ich dich nicht kenne, weiß ich, wo ich googeln muss. das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, nee, äh, ich möchte aber trotzdem mal ernst, ernst zurück, äh, Tom Ford einfach mit so einer unfassbaren Reife ans Filmemachen gegangen. Also, äh, das ist wie gesagt der erste Film, den der gemacht hat. Und dann erzählt er diese Geschichte von diesem Englisch, äh, Englisch-Professor mit so viel Sensibilität für sozusagen sein, sein inneres Leben und mit so viel Gespür für, die Mittel, die einem Film an die Hand gibt, um dieses innere, äh, ja, diese, diese innere Gefühlswelt sozusagen nach außen zu tragen und dem, und dem Zuschauer begreifbar zu machen. Ähm, und mit so viel, ähm, Präzision und sozusagen Gewissenhaftigkeit jede Einstellung zu inszenieren, dass das einfach wirklich zum Niederknieren ist. Dieser Film sieht so unfassbar schön aus, ähm, aber bleibt halt nicht an der Ästhetik hängen. Also das war so das, mein Gefühl, als ich ihn das erste Mal geschaut hab, und jetzt hab ich ihn noch mal ganz aufmerksam geguckt, und find, dass der einfach eine wirklich gelungene und echt schöne Symbiose ist, aus eben filmische Mittel zu bemühen, um ganz gezielt bestimmte narrative Elemente, bestimmte emotionale Elemente und so weiter zu, zu transportieren. Ähm, ähm, also echt ein rundum gelungener Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Ähm, obwohl der, oder, was heißt obwohl der? Ähm, ähm, weil der im Gegensatz auch zu dem Film, auf den ich gleich zu sprechen kommen will, äh, eigentlich eine sehr simple Geschichte hat. Also es ist wirklich eine sehr persönliche Geschichte, von wegen, okay, da hat einer die Lust am Leben verloren, und wir begleiten ihn jetzt einfach einen Tag. Das klingt jetzt erstmal nicht wirklich spannend, aber Tom Ford schafft es einfach, das auf eine Art und Weise zu inszenieren, die einen einfach, äh, ja, ergreift und, und, und mitnimmt, ähm, in diese Welt. Und, äh, da fällt mir eben ein, oder sozusagen diese Brücke, die, ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, Andi, dieser Film ist auch überästhetisiert. Also dieses Kalifornien, dieses Los Angeles, was du siehst dort in den 60ern, das hat wahrscheinlich, irgendwie so existiert, ein bisschen. Aber in dem Film ist es einfach so, ich will nicht sagen eine Traumwelt, aber es ist so, es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein, und zu, zu perfekt, und zu rund und so. Was aber okay ist, weil, weil, das ist kein Film, von dem man jetzt irgendwie Realismus erwartet. Ähm, und der zweite Film von Tom Ford, den ich auch bedingungslos empfehlen kann, äh, übrigens beide Filme bekommen bei mir, ähm, acht von zehn, äh, Sternen, also vier von fünf. Äh, der zweite Film ist Nocturnal Animals, ähm, mit deiner zweiten Lieblingsschauspielerin, Amy Adams, ähm, die, äh, eine Künstlerin spielt, ähm, die sozusagen in so eine reiche Familie eingeheiratet hat, ähm, und plötzlich, äh, in Kontakt kommt wieder mit ihrem ersten Ehemann, der an sie sozusagen mit einem Buch herantritt. Also der erste Ehemann ist, ähm, Autor und hat jetzt dieses neue Buch geschrieben, ähm, das eben Nocturnal Animals heißt, ähm, dass er ihr, äh, sozusagen, ja, schickt, einfach mal ums Probe zu lesen und, und um ihr Feedback mitzuteilen. Und sie liest dieses Buch und merkt, ähm, der, der Autor, gespielt von, ähm, Jake Gyllenhaal in dem Film, ähm, und darin sozusagen traumatische Erlebnisse, ähm, verarbeitet, die die beiden miteinander verbinden. Und der Film ist so geschickt inszeniert, weil er sich sozusagen an diesem Buch entlanghangelt und gleichzeitig sozusagen die Narrative auf zwei Ebenen entwickelt. Also das heißt auf der Ebene, auf der reellen Ebene von Amy Adams, wie sie das Buch liest und sozusagen zurückgeworfen wird in der, in der Zeit zu diesen halb fiktiven, fiktiven, nicht ganz, äh, komplett ausgedachten Begebenheiten in diesem Buch, die aber scheinbar auf, auf, auf wahren Begebenheiten irgendwie basieren. Und der Film entwickelt, wie gesagt, diese beiden Handlungsstränge parallel und ist so, ähm, effektiv inszeniert. Also es gibt eine Szene, die einen wirklich, also die einen wirklich unangenehm richtig ergreift, wo, äh, ebenso, also ja, die Schlüsselszene, die sozusagen dieses ganze Trauma in diesem Film in Gang setzt, ähm, auf so einer, auf so einer Landstraße in Texas, wo meilenweit niemand ist, ähm, ist so ergreifend inszeniert und so aufwühlend und so, äh, ja, also es macht einen wirklich fassungslos, dass der Film einen so krass huckt. Und ich hab so ein bisschen mich davon mitreißen lassen beim ersten Mal, dass ich dachte, ja, Nocturnal Animals ist der viel bessere Film als, äh, A Single Man, was gar nicht der Fall ist, unbedingt, weil, nur weil der Film einen emotional mehr packt und sozusagen man das Gefühl hat, ich bin diese Person, weil ich spüre, was diese Person sozusagen spürt, hat man irgendwie, ist man irgendwie involvierter in die Geschichte. Ähm, aber nur weil der Film halt auch wirklich eine Handlung hat, sozusagen, und eine Story, die er erzählt, macht's, macht's ihn nicht unbedingt zu einem besseren Film. Macht es ihn zu einem schlechteren Film? Auch nicht. Also, das sind beide komplett gleichwertige Filme, die beide echt, äh, einfach so sehr von Tom Fords ästhetischem Gespür und emotionalem Gespür zeugen, dass ich mir ganz, ganz, ganz viele weitere Tom-Ford-Filme wünsche, weil der Typ einfach wahnsinnig talentiert ist. Das stimmt. Also, ich weiß auch so, der Film war gerade so diese Schlüsselszene, die du da ansprichst, ich glaube, selten so was Verstörendes im Kino gesehen. Also, ich wüsste höchstens noch eine Szene aus Antichrist, äh, wo es, äh, Willem Dafoe gerade mal nicht ganz so gut geht, die, glaube ich, noch verstö- die noch verstörender ist, aber, äh, ja, sie hat mich wirklich auch sehr, sehr, sehr mitgenommen. Ja, also, die ist wirklich, also, man kriegt schwitzige, schwitzige Hände und, und das Herz fängt an zu rasen und man denkt so, oh, das ist der, das ist wirklich mein schlimmster Albtraum, den ich hier gerade auf dem, auf dem Bildschirm, ähm, zu sehen bekommen habe. Ähm, ja, also, Megafilme, beides, also, bedingungslose Empfehlung, wenn ihr die nicht gesehen habt, macht euch einen schönen Abend, äh, und, und lasst euch mal mitnehmen von Tom Ford auf diese emotional ergreifenden, wahnsinnig schön gefilmten Filme. Hast du die gesehen, Phil? Ähm, A Single Man? Nein, ähm, Nocturnal Animals habe ich gesehen und, äh, äh, hab ich kaum Erinnerungen an diesen Film. Ich weiß tatsächlich nur, ich fand ihn gut, aber ich kann jetzt in keinster Weise mehr sagen, auf Basis von was ich den gut fand, ob es jetzt tatsächlich irgendwie die Optik war, ob es irgendwie, äh, die Geschichte drumherum war, ob ich jetzt von dieser einen Schlüsselszene irgendwie mitgepackt war und das für mich so herausragend war, ich weiß es echt nicht mehr, von da hab ich mich jetzt auch ganz bewusst da mal ausgeklingt und nichts groß zugesagt. Das Gesamtkunstwerk halt. Ne? So. Du musst das einfach wirken lassen und dich nicht fragen, was möchtet ihr mir sagen, sondern einfach, Ne, doch, doch, bitte, bitte, ja, ja, bitte fragt hier in dem Film, was möchte er mir sagen. Ähm, also da, da würde ich schon drum bitten noch. Ähm, ja, aber beides, ja, beides herausragende Filme, bitte schaut sie euch an. Und, äh, noch eine ganz kurze lobende Erwähnung. Äh, On the Rumble Menschen, ja, ja. Ja, ich weiß nicht, wer Kameramann ist, bei beiden Filmen, äh, hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Oder Kamerafrau vielleicht sogar. Äh, aber auch hervorragende Kameraarbeit. Aber besonders lobend, äh, möchte ich erwähnen, den Komponisten, weil Tom Ford mit demselben, äh, Komponisten zusammengearbeitet hat für beide Filme, nämlich Abel Kozenjowski, ein polnischer Landsmann, ähm, der herausragende Scores gemacht hat. Also die sind so, im besten Sinne des Wortes, so dick aufgetragen. Also die, die haben so eine, so eine orchestrale, einfach schwere, und die sind so, so ergreifend, also von den, von der Art der, der Orchestrierung und, und die Melodien und alles. Also ich bin, ich bin jedes Mal wieder, möchte ich fast sagen, den Tränen nah, wenn ich, wenn ich diese, diese Musik aus diesen Filmen höre. Also insbesondere diese Anfangsszene, Andi, du erinnerst dich, vielleicht erinnerst du dich auch, Phil, bei Nocturnal Animals, wo diese fetten Weiber tanzen, vor dem roten Hintergrund. Ja, genau. Da erinnert sich. Ja, genau. Ähm, ne, wie, wie, wie dieser Film anfängt, einfach mit diesen Einstellungen, von dieser grotesken Fleischbeschau, und dazu fährt einfach, dieser Abel Kozernowski-Score, einfach volle Pulle rein, so, und du denkst dir so, boah, krass. Das ist einfach, das ist einfach so eine Wucht, wie dieser Film anfängt, unglaublich. Ja. Ja. Schaut sie euch an. Ja, auf alle Fälle sehr, sehr sehenswert. Ja. Ja. also für Nocturnal Animals möchte ich dieses unterschreiben. So. Gut. Ja, schau dir, schau dir Single Man an, wirklich, tu den auf deine Liste, oder lei den, und ich möchte, mich interessiert das wirklich, wie du den findest. Ja, warte mal, gerade eben sich noch darüber lustig machen, dass ich Sachen auf meiner Watchlist mache, und dann, ja, kannst du gleich in Ablage P packen. Nee, nicht auf Ablage P, sondern auf D, auf die richtige Watchlist. Ablage A, wie auf jeden Fall. Und jetzt, jetzt regst du mich sogar an, ich soll was auf die Watchlist nehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, du bist mit zweierlei Maß. Lass einfach, lass einfach nicht deine Watchlists handeln. Nee, es gibt Filme, die ich vorstelle, die du auf die Watchlist setzt, und Filme, die Micha vorstelle, die du auf die Watchlist setzt. Das ist der Unterschied. Ja, aber lass mich dir diktieren, welche von mir du auf die Watchlist setzt. Das wäre eigentlich mal, spitzt den Bleistift. Das wäre eigentlich mal ein lustiges Format, irgendwie so, dass wir uns gegenseitig, Stimmt, gegenseitig Filme aufzwingen. Ganz genau, so Blind, Blind Watching sozusagen. Dass man einfach so sagt, okay, diesen Film musst du jetzt gucken. Das ist natürlich jetzt, Chatroulette mit Filmen. So in etwa. So in etwa. Vielleicht gibt es dann auch tatsächlich, ganz überraschend Dickpics, wer weiß. Das wäre ja ganz witzig, oder? Der Sneakpot, die haben das jetzt gerade etabliert, weil die ja auch inzwischen nicht mehr in die Sneak gehen. Machen sie es jetzt auch immer so, dass einer der Entscheider ist und sagt, welchen Film von Netflix oder Amazon Prime zum nächsten Mal geguckt wird. Also auch ein Film, den sie nicht selber kennen. Keiner, den sie empfehlen, weil sie ihn selber noch nicht kennen, sondern jetzt sagen, was weiß ich hier jetzt gerade neu bei Netflix. Und der wird jetzt geguckt. Basta. Ja, du, das hatten wir ja auch mal eine Zeit lang und wie das geendet ist, sehen wir ja. Ich sag mal so, es hielt nicht lang. Nee, das haben wir ja meistens gemeinschaftlich dann gemacht, oder nicht? Ja, 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 das stimmt schon, aber da lag sozusagen der Hund begraben, weil wir uns halt irgendwann nicht mehr einigen konnten. Ja, und jetzt mit Diktat machen wir es halt mit dem Diktat. Jede Woche muss wir, oder jede Sendung kann einer den anderen etwas vorschreiben. Genau. So von wegen diesen Netflix-Film oder diesen Amazon-Film, den schauen wir uns jetzt an. So, und am nächsten Mal sprechen wir darüber. Mhm. Wir werden, das war die Sendung. Ich wollte gerade sagen, wir werden das, wir werden das off-air mal ausdiskutieren. Ich glaube, ich habe Andi auf meiner Seite, damit haben wir zumindest ein Quorum. Mal gucken, wie weit war das mit Micha dann auch noch aus Baldovern können. Auf jeden Fall. Ich will doch nur deine Watchlist bestimmen, Mann. Auf jeden Fall könnt ihr natürlich, also, also am Ende ist auch Micha käuflich, ja, und Insbesondere. So, und je mehr Leute uns da unterstützen, desto mehr gibt es vielleicht auch die Bereitschaft bei Micha, sich auf solche sehr kreativen, sehr guten und ausgesprochen phänomenalen Experimente einzulassen. und von daher vielen Dank, die bereits jetzt schon im Grunde dafür sorgen, dass dieser Podcast so gut läuft und damit danke an Martin B., an den anderen Martin, den wir auch noch haben, an Mirko, an Steffelowski, an Lena, an Gattaka, an Kyle Bahn, an Green Go, herzlichen Dank auch an Christoph, Krisel und Bernhard und Headtipp, um das nochmal aufzuwärmen, auch an Andreas, Atombomb, Matthäus, Sultan of Swing, Fabian und Leutnant Ferrante, der uns jetzt seinen Originalnamen mitgeteilt hat und meinte, wir können ihn jetzt auch bei seinem Originalnamen nennen. Näh! Vergiss es! Du bist jetzt Kult! Du bist jetzt kleiner Nerdtalk-Kult und damit bleibst du bitte Leutnant Ferrante. So, der Micha hat mir extra einen Merksatz hier aufgeschrieben auf das Konzeptzettelchen. Das werden wir nicht ablegen, wie viel kreativer Einfluss da reingeflossen ist. Also das ist... Ja genau, da steht einfach Leutnant Ferrante, Klammer auf, Phil verkackt das jetzt nicht. Und dass man einen Merksatz, dass er einfach weiß, wie ich das anspreche. Ganz genau, so läuft das nämlich. Richtig. Ja, wir schließen uns mal mit Micha ein. Mal gucken, wer gewinnt. Und das Ergebnis werdet ihr dann natürlich in den nächsten Sendungen mitbekommen. Freut euch auf die kommende Top 5 über Filmautos und freut euch dann natürlich insbesondere auf die nächste Sendung, die dann die 570 sein wird. In diesem Sinn... Oha! Ja, haha! Großen Schritten auf die 600 zu. Ja, 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 ja. Uff. Ja, ja, ja. Uff. Lasst das mal sacken. Ihr seid alt geworden. Ihr seid schon echt lange bei uns bei Nerdtalk dabei. Wir bedanken uns dafür. Hast du mich gerade alter Sack genannt? Tschüss! Tschüss! Nicht vergessen. Tschüss! Dieser Titel stammt von der Erfurter Band From Us. Aktuelle Titel von der Kombo, die heute Kopf hoch heißt, gibt es unter kopfhoch.bandcamp.com 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 Untertitelung des ZDF, 2020